Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Ela Barr das aktualisieren noch mal scheinlich riko und svenja gucken zu schütteln würde den kopf du jetzt mal hier ich schreibe mal ja du schreibst du mal was rein so heute das video und kommt alle rum ja antwortet halt auch keiner noch nicht also ich höre niemanden ich guck mal hier wieso ist denn das mit dem eigentlich hört man aber müsste ich dich nicht auch über die kopfhörer hören oder hören wir uns ein bisschen nach rechts ein bisschen so ein bisschen mehr hallo 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 kam nichts aber doch doch jetzt ja jetzt hast du dich auch selbst so ein bisschen ja 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 super ja danke dir so drama ja gleich geht's auch los wir haben heute das mittwochs doppel mein name ist viktor und ja das kleine mäuschen ist heute nicht dabei die haben urlaub ist wenn ja und riko die sind im urlaub sei den gegönnt schöne grüße nach mallorca macht euch noch eine schöne woche ich habe heute mitgebracht joshi 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 uhrgestein aus dem keks ja macht ja alles du machst alles und schnell schlechte cocktails und hallo gute kommt die besten aber aber ich kicke schlecht dafür ja das macht ja nichts das kannst ja noch lernen von mir so ich glaube wir sind soweit online alles eingestellt titel passt auch mit datum hier haben wir am tisch eis schon mal so ein bisschen rumgegaddel was passierten heute also was ist ja für die die sprechen noch nicht wissen was passiert heute was ist das für ein spiel heute heute ist das legendäre mittwochstopp ja das mido und wir sind gut besucht das keks ist voll ich sehe wir haben jetzt 45 anmeldungen ja da können wir gleich mal drauf schauen da stehen sogar auch noch welche und wollen sich noch anmelden also es werden noch ein paar mehr das ist auch interessant vielleicht können wir da mal kurz rüber gehen hier da seht ihr das läuft das auf und ab quasi den ganzen tag 24 stunden das habe ich übrigens das habe ich übrigens auch schon im stream gesehen können wir das nicht auch über einen bildschirm einfach einblenden weil das flackert immer so wo jetzt ja genau wenn wir den fernseher abfilmen das flackert immer ja auch da wäre es geiler wenn wir einfach äh ja tifu einblenden genau wir können hier tifu einblenden das können wir mal kurz aktualisieren und dann schmeißen wir das hier mal kurz rüber so in der art so und gehen mal hier rein ja und dann haben wir es doch auch da sind wir wieder können wir mal zusammen drauf schauen oder ja auch schon sagen wen haben wir denn hier viele 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 bist du denn ich kann sein dass ich noch gar nicht angemeldet bin ich spiele auf jeden fall mit moritz kramer heute doch ja ich sehe hier auch schneemann heute mit bähler richtig stark ist hier sehe ich honsen auch ein guter freund von mir und kirjant hallo werner so wen haben wir denn hier kurz und marius auch wo denn da auf der 42 anmeldung 42 da hier 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 ja 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 okay ich habe ja das hatte ich ja im final das war das war fies das war ein classic aber oder ja das war knapp marius ist aber bekannt dafür dass er gerne viel spielt deshalb haben wir gut der ist halt gut so und max heuer habe ich auch schon gesehen ich sehe ja auch jan de ist heute am start mit roby ja ja hier auch hier gern gesehen dass doppel klimas und moritz ja auch immer bei der dm vertreten richtig die sind halt perfekt eingespielt die spielen schon so lange zusammen und er sind richtig starke doppel heute sind und matti obwohl wir haben auch beim kässe glaube ich mitgespielt mehr zusammen ne martin ja ja doch aber da haben wir da war die ganz schön wir haben grüß grüße gehen raus aber matti spielt ja auch jet vorne eigentlich also für den war ja das classic so ein bisschen der wollte ziehen zeigen aber nicht jeder kann jetzt hier schießen soll ich meine ja da kannst du eine ganz ganz viel von erzählen würde ich sagen von dem nicht schießen ja ich sehe hier welche doppel kabel und tim ja hier haben wir oli und thomas noch hier ja apropos pärchendoppel ich habe auch schon monia und sandra habe ich auch vorhin vorne gesehen die spielen vielleicht auch zusammen ja habe ich auch gesehen und genau kurz geomarius sind ja auch da habe ich hier natürlich auch knaller ding ne quok und linn ja das ist da wird quok übrigens hinten spielen habe ich gestern schon mit ihnen drüber gesprochen mal gucken der ist auch richtig gut im tor wenn er will aber meistens will er auch ich glaube wir können mal wieder rüber gehen langsam und ich ziehe das ganze mal zurück damit wir hier mal ein bisschen entscheidung haben ich darf das nicht mal nicht einzeln ich muss mal hier wie geht das noch mal hier kannst du mich ja das brauche ich dass ich nur das fenster habe für nächstes mal hier ist dann quasi zentrale so wer ist denn heute dabei wer ist dann am start ich sehe sechs leute schon hier eifrig dabei link kann auch gern mal geteilt werden was soll ich machen wir haben jetzt tatsächlich auch schon 299 follower hoffentlich das heute geknackt nur 300 stück das wäre schon saftig auf jeden fall ansonsten sehen wir hier an tisch 1 schon mal so das erste rumgedaddel wir haben sicherheit alle waren das kann das ganze klicks ist voll ist an jedem tisch steht jemand unten im keller steht auch an jedem tisch jemand habe ich schon geguckt macht schneemann die ansage dass es jetzt gleich los geht genau jetzt hat man im hintergrund schneemann noch wenn ihr das hört wir haben das glaube ich nicht so gut scheint so ein bisschen nach hinten ja mittwochs doppel wir spielen der modus ist glaube einsatz bis sieben in der vorrunde ja das werden wir gleich sehen aber das ist glaube ich so angedacht und dann je nach feld glaube ich zwei gewinnsätze oder ist das immer zwei gewinnsätze und dann das haben alle ist immer glaube ich zwei gewinnsätze und wie viele sind wir jetzt 52 schon 52 52 das heißt wir kriegen locker drei felder hin brauchen wir bald ein viertes feld da kannst du dann auch mitspielen ich spiele ganz vorne mit so sieht es aus ja du spielst heute mit andré klößt da sitzt hier und wir auf heißen kohlen der bock der hat richtig bock ich habe vorhin schon gesehen bin schon keiner alter der zornigste pin shot doch jetzt war ich sind wirklich des jahrhunderts fast oder der schießt den wie ein jet so wenn ihr nicht wisst wo wir wo ihr wo ihr uns findet dann einfach mal zwischendurch mal ausrufe zeichen kicks in den chat da habt ihr noch mal die adresse kleinen hinweis von uns kommt gerne rum auch persönlich wie gesagt wir stream heute das mittwochs doppel mein name ist viktor und joshy haben wir hier am start zur eröffnung wir sprechen beide spielen mit du spielst mit ich spiele mit moritz kammer und ich spiele mit dreh mir das ist hier vorne das seht ihr leider nicht aber vielleicht sieht man je nachher noch mal da kommt das da ist ja genau ja das erste mal mit dreh mir heute ja ist ja eigentlich seid ihr beides torwärte ja wir spielten dann da vorne ja das ist eine gute frage das ist eine gute frage ja das wird so eine kleine jagd eine kleine wer hat die maus zuerst weil wir ist das ich mache uns mal ein bisschen lauter ich habe ja früher mit dem hier immer gespielt jahre zusammen angefangen und da war ich auch tatsächlich ganz oft im tor bei ihm erst war ich torwart und dann haben wir angefangen uns abzuwechseln also ist er stürmer geborener stürmer eigentlich ist das funktioniert ja ich habe halt mit jet angefangen und dann wurde ich irgendwann besser ja kann ich kaum glauben aber der schnell also ist wirklich ein echt schneller spieler so der hat gute reflexe guten guten bums im schuss nachhaltig war nicht das was ich so kenne ja was kann man noch erzählen ja was kann man noch erzählen wir können natürlich mal so ein bisschen ankündigen ich habe das irgendwo gesehen schaut gerne mal bei facebook auf vorbei demnächst geht es weiter mit turnieren und zwar zum oktober hin also da haben wir vielleicht vielleicht kann joshi mal kurz gucken und ich mache so ein bisschen an der kamera so ja wir haben am samstag natürlich weiterhin unser mixt und classic wechseln alle zwei wochen classic und ich glaube erst erster und zweiter und vierter genau was steht hier noch sechzehundter zehntag kicks open ja das erste kicks auch weiter seit jesu geburt das wusste ich ja noch nicht mal um elf vor dreißig ne also das steht ja noch mitten in der nacht werde ich da auch mal früher aufwachen genau ja geil das sehe ich jetzt auch gerade wirklich zum ersten mal ich habe noch gar keinen partner aber challenger ich hab bock wie lange aber kein challenger dass die ersten turniere die auch in die rangliste gehen oder wie ist das gedacht also stand da wohl wie dabei oder ich wie gesagt ich habe es noch nicht gelesen die für die deutsche rangliste im fix hier ja wird gewertet soweit also man kann punkte sammeln und am gerne einer saison oder am ende ist wie ist das genau also ich möchte so dass du auf der im dikt beim dtsb kannst du halt punkte sammeln auf den großen turnieren und ich glaube die besten zehn turniere die du übers jahr spielst werden gewertet und genau je nachdem wie viele punkte sammeln konnte ist ist dann deine platzierung in der deutschen rangliste und über die kannst du dich dann für die deutsche meisterschaft qualifizieren ja das ist interessant also ich glaube dann kriegen auch hier vielleicht ein paar mehr zuschauer und ein paar mehr spieler auch die das interessanter finden natürlich ja klar challenger sind immer heiß begehrt auch gerade in hamburg sind halt ich glaube wir hatten das letzte 2009 10 2000 war das 2009 10 oder vielleicht war es noch eins oder zwei im jahr 2020 aber ich erinnere auf jeden fall dieses eine turnier ganz besonders gut weil ich das gewonnen habe das war das letzte das letzte 2009 10 da waren glaube ich 96 doppel hier 96 und 90 ja genau das war halt richtig richtig voll da gab es nur beim no pro mehr er hatte mal 112 oder so ja und das gab natürlich auch ordentlich punkte so ich habe schon gesehen ich muss jetzt spielen ja vielleicht warten was mal kurz ab ich blende das mal kurz ein damit ihr das auch mal seht hier sind die ersten begegnungen heute volles haus ja also wie man sehen kann ich meine die zuschauer die uns jetzt fehlen die spielen heute so sehen alles da sind aber schon zwölf genau alle sind am start hier warte mal kurz muss man auch passieren ich glaube nicht weil ich nehme man immer sehr gnädig ist wenn ich hier oben bin aber man könnte jetzt mal gucken ich muss ich verabschiede mich ich muss auf jeden fall viel erfolg dann haben wir denn hier du mit moritz gegen achmad und lydia soweit an tisch 3 mal gucken ich glaube wir bleiben an tisch 1 erstmal soweit und guck mal was hier passiert jetzt haben wir hier hallo dreh mir am start wir leuchten dich mal kurz ein dreh mir oder andre das ist ja eigentlich nämlich alle dreh mir ja dann ja ruhig bei dreh mir bleiben kommt vorbei nennt ihn dreh mir und dann ist jeder verwirrt ja ich muss mir heute das antun mit viktor zu spielen deswegen sitze ich hier oben war ja ich muss auf ihn warten ja aber das bin ja doch gar nicht ja deswegen habe ich auch nichts zu tun ich bin ja immer ich bin ja immer quasi in der ersten runde welche nicht gewählt weil ich ja so ist das dann hätte ich das gewusst hätte ich mir doch mal was getrunken dann wird wahrscheinlich heute eh nichts dran vorbei können wir mal unsere taktik hier enthüllen aber das darf natürlich keiner wissen aber ich sage auch niemand der mitspielt der guckt geradezu ja gut also die taktik ist folgendermaßen ich gehe nach vorne ja dann lege ich den ball von der fünf auf die drei durch ja und dann schieß ich ihn rein ja richtig toll und ich mache richtig jubel dann ja aber das ist gut das ist gut wollen wir uns noch so abklatschen und also man kann ja so wie früher so einfach die hand geben dann so ok man ist natürlich wie drei stunden am spielen wenn man lieber die andere als ein guter punkt ich habe ja auch ein handschuh an genau speziell ich mit material ich habe hier dabei die habe ich von stefan bekommen vor ein paar wochen und seitdem läuft es besser nein ich habe ich habe jetzt auch angefangen letzter zeit natürlich bänder auszuprobieren ich habe eine zeit lang auch mal mit handschuh gespielt tatsächlich und mit band manchmal nur mit handschuhe also ich habe alles fast alles so ausprobiert außer dieses ding was man so drauf zieht ich nenne das immer sage ich jetzt nicht aber ihr wisst was ich meine also die leute die das käme genau das gummi das habe ich auch schon mal irgendwie probiert weil honse das gerne spielt ansonsten spiele ich mit bändern okay wir haben für die zuschauer wir haben noch nie zusammengespielt ich weiß gar nicht so richtig ich weiß du spielst einen guten zieher glaube ich raus ich spiele zieher rein also ich mache ihn einfach ins tor ja das ist auch die beste taktik auch wenn viele das nicht glauben die viele schwören ja auf pässe genau dabei sind eigentlich besser und meine taktik ist ja das sage ich ja jedes mal immer feste druff also wenn du ihn nicht fängst ist dein problem ja finde ich gut finde ich gut ich bin auch super catchy nein leider nicht der spiel ja eigentlich im tor die klebrigen finger wie bei wer ist dann noch mal der film kämen allein in new york die klebrigen banditen habe ich jetzt nicht gesehen ja 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 die zuschauer sind aber schon lustig ja so ich sehe gerade an tisch an tisch 1 wird hier ganz schön aufgezogen ich sehe gerade das könnte interessant werden tatsächlich wir haben hier richie richard günther benjamin kraus zusammen doppel gegen malte gott und vincent goebel das schreiten wir mal ein würde ich sagen ja auf jeden fall spannendes doppel malte und vincent früher sehr viel zusammengespielt ich glaube mal das jetzt aus hamburg weggezogen deswegen sieht man ihn kaum noch aber er behehrt uns wieder ich bin gespannt ob er dafür gekickert hat ob man er sieht er hat weiter trainiert oder wo ist er ist er weggezogen jetzt oder was du meinst du ja ich weiß nicht genau wo er hingezogen ist aber er spielt ja man in tor weil ich darf man hier darfst du nicht sagen ich möchte ja 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 wir haben auf jeden fall ben kraus ja meiner meinung nach sehr brutaler spieler also gehört hier zu den topspielern würde ich das sagen ja er hat auch sehr gut auf den letzten turnieren abgeschnitten die man so gespielt hat ich auf der deutschen meisterschaft im einzig glaube ich sehr weit gekommen ich habe die zahlen jetzt nicht im kopf war aber auf jeden fall fleißig am trainieren schon immer ein gefährlicher stürmer gewesen und richard auch richie sehr gut vertreten hat vorhin ein kleines training gemacht für einsteiger ja genau ich glaube richie gibt ja immer mittwochs jetzt von 18 bis 20 uhr ab heute ging es los ist das so ja ok also wenn ihr mal kickern lernen wollte ein bisschen besser als wenn man es auch da wie man es auch da war kennt ja genau also ich meine ja genau da gibt es hier ein anfängertraining von 18 bis 20 uhr richie macht das richtig gut ich habe ihm auch schon zugeguckt machen ein bisschen runter damit du nicht direkt rein spricht dann rauscht das nicht so ein bisschen ja ja ich bin ja nicht so der pro video ja ja alles gut genau kommt vorbei mittwoch bis samstag im kicks jeden tag was anderes jeden tag gibt es dir was zu gewinnen sage ich mal die turniere auf jeden fall immer offen sagen die war es immer offen mittwoch das mit mittwochs doppel sowie heute donnerstag das einzel freitag das no pro samstag je nach ja ob das der zweite vierte erste oder dritte ist classic oder mixed ich glaube classic vom ersten und dritten samstag und zweiten und vierten samstag das müsste ich mal schnell nachschauen aber falls es andersrum ist kommt einfach trotzdem vorbei und partner findet man immer klassiken guter modus für die leute die nicht so gerne gegen jet schützen spielen da ist nämlich verboten man darf auch nicht kurbeln anders als bei anderen classic turnieren fängt es im fix nicht hinten an sondern auch ganz normal auf der 5 also ist auch nicht eine große umgewöhnung macht auf jeden fall spaß kann man mal ja ich habe ja ich habe ja das erste classic geholt hast du aber das noch mal sagen und jetzt am samstag war ich im finale wollte man titel verteidigen und wer hat mit mir gespielt riko schönen gruß zwei matchbälle ich habe mir noch mal angeguckt zwei matchbälle hätten war gegen finn und marius gewonnen aber auch sehr starke gegner natürlich ja na klar aber ich war wir haben 0 1 im satz zurückgelegen und man muss sagen marius hatte mich im ersten satz ganz schön vernascht aber danach wurden wir wurde ich halt immer besser und bin halt ein turnierspieler das finde ich gut weil wir spielen heute ein ja genau wir spielen heute ein turnier und man kann sich dann immer steigern es gibt eine vorrunde ich glaube bis zu das gleich wie wir das machen heute heute bei dem bei so vielen leuten wahrscheinlich vier vorrunden vier vorrunden einsatz bis sieben hier das spiel übrigens wenn legt direkt durch auf die drei das klassische mittelauflage muss hier gucken weil hier ist ein bisschen verzögert das ist aktuell aber das ist quasi internetverzögerung zehn sekunden oder so das heißt wenn ich immer sagen da ist er schon drin ich verstehe gut links oder rechts das gleiche das egal ja genau dann hat er schon 1 0 gemacht ja ja genau es steht hier schon 1 0 für ben und ritchie ritchie hat den ball liegt im ziel auf ist auch seinen standardschuss eine von richtig stärken dass er eigentlich sehr sicher rausspielt wenig fehler macht sich auch zeit lässt sehr intelligenter spieler natürlich jetzt habe ich ihn verhext hier und wofür auch bekannt ist dass er das tor hüte ja ja sagt er wissen dass er sich langsam tatsächlich eine wand aufbaut sich anguckt was der gegner schießt aber erst bei einem satz bis sieben ist es glaube ich der modus natürlich nicht so leicht ja na klar also man muss direkt abliefern hier sage ich mal ich finde sehr interessant weil ich ja jetzt auch viele spiele gesehen habe hier auch direkt live und vor ort sage ich mal ne kommt gerne auch mal vorbei ich finde sehr interessant was für schüsse geschossen werden und welche spieler typen es einfach gibt hier hat man natürlich gesehen richtig von hinten mit dem zier manche spielen pin shot von hinten ich glaube du auch wenn du spieler genau oder kurbler weiß ich nicht ob du manchmal durchkoppel ist ja auch mal was mal ja jetzt haben wir wieder den zier ich bin ja auch ein zier schütze sage ich mal von hinten also pässe mache ich auch gerne mal aber da muss es schon echt passen also recht passen ja der passt der passt dann so hier ein glücklicher passt auf benni hat ihn wieder auf der drei aber malte hält ihn jetzt bin ich gespannt wie malte rausspielt ich habe jetzt gerade so für mich sehr auf dich konzentriert ich glaube es ist der erste ball ich bin mir gar nicht sicher jetzt zum schieber an jetzt haben wir hier ein schöner pass auch gut gefangen wir immer für eine winzen immer für eine überraschung gut das bin ich als winzen immer für eine überraschung gut auch ein spieler der schon sehr lange dabei ist ja muss sagen meinte er waren ich bin ja eigentlich in einem team oder genau in einem kollektiv die spielen in einem kollektiv genau und wenn und ritchie beide bei der 5 bar ja genau also haben wir hier eigentlichen top eingespielte doppel haben wir hier am start und von der turnierteilnahme ist er benni und ritchie gerade vorne gerade ein bisschen aktiver aber wirklich lange nicht gesehen habe ja das stimmt benni er dann aktiver wenn ich schon er oder benni auch er glaube ich auch im zeitblick ich glaube der bund auch in der nähe da winzen macht ihn hier schön durch die mitte rein lässt sich überhaupt nicht aus der ruhe bringen auch eine gleiche stärken von winzen der taucht immer ab und zu auf und dann performt da einfach kann er auch seine erfahrung aufbauen beim nächsten schuss versuche ich mal ein trick zu machen kleiner zaubertrick zeitlupe ja später holung wiederholung wir gucken mal wie das hier eingestellt ist gerade ich bin mir auch nicht so ganz sicher aber wir testen mal wenn dann jetzt in der sache runde beim schuss ja wir wollen natürlich was sehen sorry da bin ich auf den knopf gekommen haben wir nicht auch natürlich das hier machen wenn kann sich den ball krallen und jetzt habe ich vielleicht jetzt zu spät gedrückt oder ich weiß es nicht wir gucken mal ob was da kommt kommt da was ich glaube nicht dass es noch aus jetzt macht ihn rein gleicht aus da war es schön ja das war aus ja ok ok das testen wir noch mal raus jetzt ist gerade ein guter moment bei drei von berni ja hier oder war drin und das gucken wir uns an der ist natürlich raus gesprungen in der kneipe würde das jetzt nicht unbedingt zählen sage ich mal wenn er raus springt aber auch sehr wichtig waren fosten hinten gegen nächster fosten und wieder raus starker schuss also f8 ist hier kommando quasi soll ich das machen nehmen was du kannst du auch machen ja aber ich muss da gucken und dann gebe ich ja genau da kommen und da kommt das dann für die zuschauer für uns eben nicht wir können das dann nachverfolgen quasi alles klar ich gucke so lange mein bestes ich sitze das erste mal oben ich gucke hier so lange ja alles auch wann wir dran sind und ob wir dran sind ja aber die kamera 2 sehen gerade nur wie ja genau ok wir sind hier in dem programm und das hier kann ich das können wir ja auch rumspielen jetzt mittelauflage von hinten bei malte macht eine schnelle bande aber richie steht da oder gegen fosten ich habe es nicht genau sehen können 17 tische sind belegt 17 muss ich nicht dass wir 17 tische haben wir haben 18 für die zwei neuen in dem raum da unten der ich sehe gerade wir spielen gegen julia und sanna auf tisch 11 wurde aber gerade erst ausgerufen wir können ja jetzt haben wir hier 16 zuschauer noch mal für euch wer zugescheidet hat jetzt gerade wir sind heute beim mittwochs doppel aus dem kicks live hier aus hamburg ich bin der viktor sonst erkennt man mich hier sage ich mal mit svenja oder mit rico heute habe ich ein paar gäste dabei und zwar den dreh mir genau hier nur weil ich heute mit dem spiel habe ich so ein paar sonderreste erworben eigentlich mache ich das gar nicht genau dreh mir heute so ein bisschen expertenstatus hier ich frage ihn nachher noch mal ein paar expertenfragen oh das kann man sich angucken war glaube ich jetzt der ausgleich 6 6 unentschieden ja wenn ich das richtig gesehen habe ich habe vergessen auf f8 zu drücken einmal habe ich es gemacht ja aber das macht ja nichts das macht ja nichts an tisch 1 ist erstmal hier vorbei stell uns mal auf tisch 1 ja die haben sich schon eingestellt ganz lustig ich habe mit julia letztens das mix gespielt das erste mal als wir überhaupt zusammen gespielt haben dass ich sie überhaupt spielen sehen jetzt spielen wir direkt gegeneinander ich bin gespannt wir müssen tatsächlich genau wir müssen tatsächlich gleich los ich gucke mal gleich ob tisch 1 belegt ist oder ob wir kurz switchen wer es noch nicht kennt wir können hier mit einer kamera durch den raum fahren oder welche tische haben wir ja wir gucken mal was wir hier haben warte mal tisch 3 ist da hinten da ist das ja da können wir hin da ist doch joshy ja wunderbar können wir joshy jetzt gucken so wie steht es denn da ja auch schon 6 ah ok 6 6 trotzdem lassen wir das mal kurz da drauf wir gehen nochmal kurz rüber und lass das mal kurz rauf wir müssen jetzt spielen falls was ist schreibt in den chat ob irgendwie der ton schlecht ist oder das bild schlecht oder wie auch immer ähm ich bin zumindest gleich wieder da drehen wir wieder Bock hat noch ich schau mal aber ich fühl mich jetzt mal mal schaut mal so und ähm wir gucken uns jetzt erstmal hier das spiel an von joshi und morris gegen achmat und später mit dem spielt achmat ach lydia ist das nicht glaube ich ja genau genau also bis gleich ciao ciao ja ja Vielen Dank. 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 Nee. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. So, so richtig. Gucken, was Oli jetzt macht. Wie steht es überhaupt? 5 zu 4 für Bela und Schneemann. Wichtiger Ball. Also, wenn der jetzt reingeht, ist es halt direkt Matchball, weil bei 6-6 ist es unentschieden. Ah, ne, steht 5-4. Ne, ist noch kein Matchball, dann sorry. Aber Schneemann hält sowieso. Schneemann wird Zia rausspielen. Geht nicht so oft auf die Pässe. Schießt eher gerne aufs Tor. Kommt hier glücklich durch. Sagt der Chat. Shoutout an Markus. Moin, moin, klar. Was haben wir hier noch für seine... 14 Zuschauer schon. Und jetzt habe ich das 5-5 verpasst. So, jetzt kann Bela sich schon das Unentschieden sichern, wenn er ihn legt und schießt. Schafft es leider wieder nicht gegen Thomas. Thomas blockt anscheinend echt ganz gut. Ja, scheint... Als wenn das ein heißes Spiel ist, da unten auf der 1. Die haben alle so ein bisschen Nerven, habe ich das Gefühl. Es ist keine richtig sichere Aktion bisher da gewesen. So, jetzt mit Jett von hinten. Sieht man auch nicht so häufig. Und ja, er landet... Der Ball landet irgendwie auf der 3. Bela guckt gerade hier hoch und grinst mich an. Ja, mit Bela macht es auf jeden Fall immer Spaß zu spielen. Ich habe schon oft mit Bela gespielt. Der ist immer gut drauf und hat immer Bock. Das macht immer Laune. So, jetzt haben die anderen die Chance auf das Unentschieden. Ja, der war drin. Der kam direkt wieder raus aus dem Tor. Und Bela mit dem Ball zum Unentschieden. Ja, ein schönes Spiel war das jetzt nicht unbedingt, aber... Manchmal läuft es, wie es halt läuft. Ich sage euch, das ist hammerwarm hier oben. Ich weiß gar nicht, wie Viktor das die ganze Zeit aushält. Aber... Es wärmer als am Tisch. Das war jetzt die zweite Vorrunde bei dem... Ähm... Die dritte hat auch schon angefangen. Ich denke mal, wir werden heute... Vier... Vielleicht schaffen wir fünf Vorrunden. Mal gucken. Und dann wird das Feld in... Das, äh... In drei Felder aufgeteilt. Profi, Amateur und Neuling gefällt. Überall werden zwei Gewinnsätze gespielt. Bis fünf. Und im letzten dann mit zwei vor. Bis maximal acht. So wie jeden Mittwoch. Ja, ich kann von hier oben leider die Kameraeinstellung nicht ändern. Das weiß nur Viktor, wie das geht. Aber ich kann von hier oben gucken. Viktor spielt gerade an Tisch Nummer zwei. Sieht nicht so gut aus. Bela auf der Eins hat sich gerade, äh... Verabredet. Mach... Will nachher ein Biermatch gegen, äh... Ritchie spielen. Also die Leute haben... Die haben halt wieder echt Spaß hier. Es ist geil, dass wieder alle... Im ganzen mal in Turniermodus gegeneinander spielen können. Da sind wir mega happy, dass das wieder möglich ist. Jetzt ab Samstag, äh... Wird's in Hamburg sogar noch weiter gelockert. Da fällt dann die, äh... Maskenpflicht für... Äh... Gäste. Ich weiß gar nicht, ob es für Personal dann auch ist. Für Gäste fällt sie aber auf jeden Fall weg. Das bedeutet, man muss, ähm... Auch nicht mehr auf den Wegen zur Bar oder auf Toilette mit Maske rumlaufen. Sondern darf die komplett weglassen. Am Tisch, äh... Ist es ja sowieso schon ohne Maske, wie ihr seht. Ja, wir haben auf jeden Fall das Glück, dass die Inzidenz bei uns jetzt seit einem guten Monat relativ stabil ist. Und deswegen wurde noch weiter gelockert. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Und die stärksten Teams heute Abend. Ähm... Also... Marius Meyerhemmel und... Kruzki sind da. Sind wahrscheinlich mit die Favoriten. Ich weiß leider nicht, wie ich die anderen Bildschirme einblende. Sonst würde ich jetzt auf, äh... Tifu gehen. Aber ihr könnt auch selber auf Tifu gehen. Ähm... Unter Tifu.info Könnt ihr mal draufgehen mit eurem Handy oder wenn ihr eh am PC seid. Da könnt ihr dann die aktuellen Spiele sehen. Wer wie viele Punkte gemacht hat. Und wer auch alles da ist. Äh... Genau, auf Tifu.info Und dann müsst ihr einfach auf, äh... Kicks Mittwochsdoppel klicken. Und da seht ihr dann alles... Alles, was ihr wissen müsst, wollt. Über dieses Turnier. Ja, Bela und Schleemann spielen direkt nochmal an Tisch 1. Jetzt gegen Sandra und Munir. Ja, Sandra und Munir. Die spielen schon ziemlich lange. Wahrscheinlich kennt die auch jeder. Äh... Ich weiß nicht, wie viel die beiden in letzter Zeit gespielt haben. Ob die einen Tisch zu Hause haben. Weiß ich nicht. Ähm... Im Kicks waren sie auf jeden Fall schon länger nicht mehr. Ich glaube, Munir war einmal letzte Woche da. Ich weiß nicht, ob Sandra auch da war. Aber... Also ich meine, wer... Ich weiß gar nicht genau, wie lange die spielen. Aber ich schätze mal so 15 Jahre oder so. Wer so lange schon einen Kick hat, der verlernt das auch nicht in dem eineinhalb Jahren Corona-Pause. Ja, Sandra spielt, äh... Ja, Sandra spielt, äh... Einen Kantenpass auf der 5. Finde ich, äh... Persönlich natürlich ziemlich cool. Ich hab... Oder ich spiele... Eigentlich spiele ich auch selber Kantenpass. Ähm... Für alle, die nicht wissen, was... Was ich hier gerade rede. Das ist, wenn... Man auf der 5er-Reihe, also auf der 5er-Reihe... Den Ball zur 3 passen möchte. Und dann... Anstelle... Von... So einer Wischbewegung, wie Bela sie da macht. Ähm... Spielt man den Ball einfach mit der Kante von der Puppe an. So dass er dadurch den... Den Winkel bekommt, den er haben soll. Äh... Dass sowas auch noch gespielt wird. Ich, äh... Persönlich bin jetzt... Auch dabei, den Brush zu leeren. Einfach weil der Kantenpass... Weil der Kantenpass, äh... Gewisse Nachteile auch hat. Im Vergleich zum Brush. Aber... Schön finde ich den Kantenpass trotzdem. Muss ich, äh... Ehrlich gestehen. Ich finde, der macht Spaß. So, 3-1. Für Sandra und Munir. Und das erste Timeout kommt. Haben also Bela und, äh... Snowy müssen da jetzt mal zusehen, Dass sie da Anschluss finden. Sonst ist das... Einsatz bis 7 ganz schnell vorbei. Ich gucke mal, wen ich hier noch so sehe. Tobi und Arne sind da. Die sind auch... Ziemlich starkes Doppel, finde ich. Die spielen jetzt auch schon eine Zeit lang zusammen. Werden immer besser im Team. Wer ist denn noch da? Oh, ich sehe gerade, ich muss spielen. Auf Tisch Nummer 15. Unten im Keller. Ähm... Ich hoffe, dass... Oh ja, ich sehe sogar, dass Viktor schon durch ist mit seinem Spiel. Dann, äh... Vielen Dank. Dann wird er euch gleich weiter begleiten. Vielleicht sehen wir uns nochmal im Laufe des Abends. Vielen Dank. 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 , dass... Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ............ ............ ............... ............ ............... ............ ............ ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...... ...... ......... ...... ...... ...... Neben mir. Aber wo ist denn die Maus hier? Da ist sie. So. Wir können mal hier kurz gucken. Genau. Fuchs-Shop.de Kann ich gleich hier auch mal reinposten. Also. Schaut da gerne mal vorbei. Lin und Tobi machen das. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Motive. Verschiedene Tiere. Ich glaube insgesamt zur Zeit acht Stück. Und das soll eben darstellen, welchen Spielcharakter, welchen Spielstil man am Tisch hat. Und schaut da mal gerne vorbei. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Und supportet uns da. Und genau. Sie haben die Marke selbst aufgebaut. Haben auch neben der Beast Collection, das ist jetzt ja ein erste Collection, aber auch so eine Basic Collection, wo man einfach normale Pullis, Jogginghosen, Trainingsanzüge kaufen kann. Okay, das wusste ich nicht. Genau. Milintrig glaube ich so eins. Wir hatten sie aber glaube ich noch nicht an Tisch eins. Und auch alles Fairtrade, nachhaltig produziert. Also eine gute Sache. Ich sehe gerade, wir starten schon langsam rein an Tisch eins. Wir haben hier Arne und Tobi auf rechts. Genau, Tobi ganz ungewöhnlich liegt oben durch. Tobi, ganz ungewöhnlich liegt oben durch. Tobi, und wie heißt sein Kollege? Pascal ist das genau? Pascal, genau. Pascal, genau. Ich hab mir vergessen. Ja, danke erstmal an die Leute, die noch dabei sind. Sorry nochmal, dass wir jetzt so spät erst wieder reinschalten. Ansonsten haben wir Tobi hier mit dem Jet vorne. Der einfach durch die Mitte die Lücke sieht und dran schießt. Ich hab F8 gedrückt. Ah, das funktioniert auch. Ja, genau. Da sehen wir nochmal die Slow-Mo. Ja, wir haben jetzt mit dem Ball ein bisschen abgerutscht in der Mitte. Also das war ja so nicht geplant. Das war schon auf Pass. Du brauchst schon mehr Kabel. Ja, passt schon. So. Arne mit seinem gefährlichen Zieher. Ja, also ich finde die mega, wenn du mich fragst. Beste Technik, was das angeht. Die Technik ist ausgezeichnet und so einen dollen Zieher schießt glaube ich niemand raus. Gibt's da irgendwann auch Funktionsshirts? Ja, dann müsste man Linn vielleicht mal direkt fragen, ne? Ja, wir können ja gleich mal Tobi hochrufen, wenn er fertig ist mit dem Spiel und den Fragen. Ja, vielleicht kriegen wir Linn heute nochmal hier rein oder Tobi mal kurz rein und da könnt ihr ja mal direkt die Fragen stellen oder vielleicht auch direkt die Antworten bekommen. Hier hätten wir mal die Zeitlupe gebraucht. Anscheinend war der drin, der ist hinten wohl im Tor gewesen. 2-0, also geht ein Tobi und Arne in Führung. Und Tobi erkämpft sich gleich wieder den Ball. Ja, Tobi vorne, oh, der war gefährlich. Aber Arne passt auf. Ja, Arne ist natürlich hellwach. Arne wieder Zieherauflage. Eine der wichtigen Aufgaben als Torwart, auch diese schnellen fliegenden Welle zu fangen. Und dann sauberer Pass auf Trubis 3. Es gibt schon noch 2-3 Leute, die Zieher so schießen. Ja, natürlich mich, ne? Also... Na klar, heute hast du echt gut befreundet. Ja, volle Kanne. Ne, das ist gut gespielt. Ja, war der Neunerung vorbei. Du als hessisch so, als wenn wir gleich hier Lord have mercy und dann Abfahrt. Unsere Platzierung lag jetzt nicht daran, dass du nicht gut rausgeschossen hast. Das lag eher daran, dass ich keine Stürmererfahrung habe. Mir ist sehr schwer getan hat gegen die meisten. So ein bisschen den Kleber an den Figuren. Ja, den brauchen wir mehr, ne? So ein bisschen mehr. Ich dachte, du hast mir was drauf gemacht. Ja, ja. Rico hatte letztes Mal den Ultrakleber drauf. Oh, jetzt ein schönes Ding. Und Rem schießt hier das erste Tor. Jet reingeschossen bei Arne. Durch die Mitte, rein ins Glück. Und es steht 2 zu 1 für Arne und Tobi gegen Rem und Pascal. Tobi kann wieder obenrum durchlegen. Und mal schauen, ob er wieder durch die Mitte ist versucht. Ja, lange gewartet. Er bleibt da hängen. Ich glaube, die Idee war richtig. Er wollte nach links schießen. Ist nicht ganz rumgekommen um die Puppe. Ich glaube, da war eine Lücke. Oh, der war krumm. Den gucken wir uns nochmal an. Wo der langgegangen ist. In der Zeitlupe. Was heißt Zeitlupe? Im Replay natürlich. Wo ist der denn? Ah, geflogen. Ja, der war vorne abgefällt. Von der 3, ne? Ein bisschen glücklich rein. Aber es geht schon weiter und Tobi hat direkt den Ball auf der 3. Und er hat es wieder durch die Mitte. Aber Pascal macht ihm jetzt die Mitte zu. Auch wenn sie zeitweise offen aussieht. Ist er im richtigen Moment da. Bleibt da ganz ruhig da hinten. Tobi aber hier mit einer starken Defense. Ja, man muss auch nicht sagen, Ahn und Tobi. Da rechts ist so ein bisschen die Erfahrung. Links. Vielleicht das neue Talent. Das Talent, was neu kommt, sage ich mal. Da können wir uns drauf freuen. Ach, Adi. Lang nicht. Lang nichts gehört von dir, Adi. Schöne Grüße. Da ist er wieder am Start. Adi, was geht, du geile Sau. Darf ich so was sagen hier? Ja, bei Adi schon. Oh, ja, also Pascal ist, ne? Man könnte sagen, ein abgebrühter Hund hinten drin zur Zeit, ne? Hier ist drei hintereinander gehalten. Gegen Tobi. Kann man mal machen. Jetzt wird Tobi ungeduldig. Versucht ihn in der Mitte reinzuballern. Genau, das kann nur der alte Mann. Schöne Grüße nach Mallorca. Das gucken wir uns nochmal an. Und Renn kann den Ausgleich machen. Das gucken wir uns nochmal an. Ach, ne, es ist gar nicht der Ausgleich. Es ist sogar schon das 30-2, der Schluss von hinten stimmt. Das haben wir so ein bisschen auch Pascal zu verdanken. Der hat natürlich drei hintereinander gehalten. Hier war, glaube ich, wieder rein in die Mitte, rein ins Glück. Ja, mehr oder minder. Bisschen schräg, genau. Bisschen schräg zur Seite. Jetzt haben wir Tobi wieder. Versucht er wohl Tobi hier, ähm, vom Ballbesitz eher dominant scheint. Sind sie doch hinten. Aber jetzt nimmt er die rechte Ecke. Zeigt auch, dass er das kann. Mal sehen, wie Pascal jetzt darauf als Torwart reagiert. Schön rechts langsam, ne. Links langsam ist er in Shanghai oder wo ist er? Aber Renn kann jetzt hier auch wieder durchlegen. Hat anscheinend seine Lokale da auf der 5 überwunden. Oh, ja. Und macht ihn auch gleich wieder rein. Das heißt, ihm fehlt nur noch ein Punkt für den ersten Satz. Tobi und Arne müssen noch zwei machen. Und Renn nimmt ein Timeout. Aber beide Stürmer, die ersten Schüsse meiner Analyse zufolge, relativ mittig abgeschlossen, oder? Der eine von Tobi war natürlich langgezogen, aber sonst relativ mittig abgeschossen. Tobi hat viel in der Mitte versucht, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der erste oder der zweite Schuss ging auch in der Mitte dann rein. Hat dann noch zweimal, das glaube ich, versucht, wurde aber jedes Mal von Pascal geblockt. Hat dann aber den Weg rechts rum gefunden. Leider hat er dann am Ende, äh, nicht wie am Anfang, Rem auf der 5 blocken können. Und Renn hat dann einfach den Sack zugemacht mit dem einen Tor von hinten. Genau. Und wir starten in den Satz 2. Tobi legt wieder oben durch, schafft es im Feld. Mal sehen, wofür er sich jetzt entscheidet. Pascal ist jetzt ein bisschen verteilter. Aber er behält die Ruhe, finde ich. Also Pascal behält die Ruhe. Er hat irgendwie das Tempo gefunden gegen Tobi. Ja. Wollte Rem schnell durchlegen. Jetzt hat Arne Borg wieder den Ball hinten. Es steht 3-4 auf sich von Arne und Tobi. Das könnte jetzt wichtig sein, ja. Direkt ein Turnover. Und glücklich reingeprallt. Ich glaube, Arne war da einen Tick zu weit außen. Ja, das können wir nochmal kurz sehen. Äh, Zeitlupe kam jetzt, ja. Äh, Zeitlupe, ich sag immer Zeitlupe. Oh, der war, oh, oh, ja. Genau, an der Puppe abgeprallt, ärgerlich. Aber 5-3 im Ersten. 5-4, 5-3, 5-3. Ich glaube 5-3, Rem hat dann. Für Rem und Pascal, ähm, schon mal eine kleine Ansage. Ähm, lag natürlich auch daran, dass Pascal auch sehr gut gehalten hat, fand ich. Das stimmt, Tobi hat es, äh... 3-4 hintereinander, glaube ich sogar. Das hat das Spiel so ein bisschen gekippt, vielleicht auch. Gucken wir mal, was... Da war das Rem auch reingekommen in der 5. Am Anfang sah es so aus, als hätte Tobi ihn ganz gut unter der Kontrolle. Rem hat sich zurückgefaltet. Und hat er dann einfach die, äh, bessere Quote auf der 3. Er hat ihn zurückgefaltet oder zurückgefaltet? Gefeitet. Er hat ihn zusammengefaltet? Zusammengefaltet, genau. Er hat ihn komplett zusammengefaltet. Ähm, genau, wir starten jetzt wieder rein gleich. Jetzt gibt es noch kleine Absprachen zwischen Arne und Tobi. Rem und Pascal können es schon kaum erwarten. Ja. So sieht es aus. Jetzt wird es nochmal abgeklatscht. Immer schön fair play. Immer schön dabei. Und jetzt geht es los. Tobi auf der Mitte. Ich glaube, es ist eher so Eigenmotivation. Sich ein bisschen gegenseitig anfeuern. Das tut immer gut. Und jetzt müssen Tobi und Arne zwei Sätze hintereinander holen, um das hier noch zurück zu gewinnen. Zurück zu drehen, ne? Zurück zu drehen, ja. Umzudrehen. Genau. Und der zweite, der da rechts reingeht. Der war lange erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob der so sauber war, aber... Das kannst du sagen. Ähm, ich halte mir meine Finger wieder auf die Wiederholung, ja. Leider haben wir keinen Robo-Cop hier, der hier sitzt und auf F8 drückt. Das muss noch manuell geschehen. Oh, das war ein schönes Ding. Und Drennen kann nachsetzen. Durchgelegt geschossen. Ich glaube, der ist dreiviertel reingefallen, ne? Kann ich da unten, kann ich keine Wiederholung machen, oder? Für mich sah es wie rechts aus. Äh, doch, doch. Der ganze Tisch ist da drauf. Also, du kannst auch einfach... Soll ich auch dann auf Wiederholung drücken, wenn... Ja, wenn, wenn, wenn was Nettes geschieht so. Äh, vielleicht auch ein guter Blog, das kann man sich auch mal angucken, gerne. Alles klar. Victor muss mich hier erstmal einarbeiten im Twitch-Business. Er ist ja schon der alte Hase. Ich sitze hier das erste Mal vor der Kamera. Oh, wir werden ausgerufen. Isabel und Ali haben wir. Starker Blog wieder von Rem. Arne noch nicht rausgekommen. Ein bisschen untypisch. Weil er sonst sehr präzise die, äh, die Lippen trifft. Und der Ball ist wieder bei Pascal. Ich glaube, er hatte noch gar nicht so viele Bälle, obwohl er gut gehalten hat. Mal sehen. Diesmal schießt er lang gegen die Puppe. Und gerade hier ein kleiner Goalie-War. Ja, wir wurden schon aufgerufen, aber Rem teilt fett aus. Krasse Quote. Ja. Ja. Also, auch eine geile Location. Ich glaube, das können Morris sein. Schöne Grüße nach Harburg. Ähm, oder einer der Verantwortlichen auf jeden Fall da. Ich glaube, die haben auch, also, so wie ich es auf Instagram gesehen habe, gerade wieder neu alles aufgebaut, renoviert. Äh, die Instagram-Bilder sahen auf jeden Fall ganz cool aus. Ich war selbst noch nicht da jetzt. Aber lohnt sich mal abzuchecken. Ich weiß gar nicht, ob der gegen den Pfosten kam oder ob allen den gehalten hat. Auf jeden Fall, Rems Durchmarsch, kurz unterbrochen. Natürlich Morris, ja. Schöne Grüße, Morris. Ähm, müsste man vielleicht auch mal wieder spielen. Ich habe mit Morris mal das Mido-Neulinge gewonnen. Das muss man auch erst mal schaffen, glaube ich. Aber das ist auch schon zwei Jahre her. Oh, da wird heute mal wieder Zeit, meinst du? Da habe ich gespielt wie eine Flasche leer, aber es hat gereicht, scheinbar. Jetzt kommt er durch. Und der Goalie-War geht weiter. Genau, ähm, ich würde fast sagen, wir lassen das mal so stehen und lassen uns erst mal laufen. Boah, starke Bande. Ich habe nochmal hier geschafft, es auf Zeitung mitzudrücken. Ja, das gucken wir uns nochmal an. 2-1 im zweiten Satz hier. Ähm, gucken wir uns nochmal an. Und... Yo. Zauber rein. Stand an. Schöne Bande aus dem Pinshot raus von Pascal. Pascal macht ein gutes, solides Spiel. Auf jeden Fall. Muss man sagen. So, ich würde es gerne weiter gucken, aber ich glaube, wir müssen das Neulingefeld rocken. Genau, wir müssen jetzt weiter. Drückt uns die Daumen. Äh, drückt uns die Daumen. Wir sind gleich wieder da. Wenn wir weiter sind, kommen wir wieder. Wenn wir rausfliegen, kommen wir auch wieder. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Tschüss. Vielen Dank. 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 Wir haben. Wir haben hier... Mariusz... Himmel und links haben wir Moritz Joosten und Clemens Naumann. Ich gehe noch mal ein bisschen raus, damit ihr das seht. Ansonsten gehe ich erstmal in den Tisch, dann könnt ihr euch das Spiel nochmal angucken. Ich habe tatsächlich gerade mit Dremi gewonnen, Neulingefeld, 16. Finale. Das heißt, für uns geht es jetzt weiter, die Reise. Ich gucke gleich mal parallel, wo die Reise hingeht, sage ich mal. Einen Moment. So, ich muss mal kurz die Tabelle hier aufmachen. So. So, ich gucke mal parallel. Wir spielen gegen Celine und Antonia an Tisch 8, glaube ich. Seht das aus? Ja, das sieht gut aus. Und zwar, ja, haben wir hier auf jeden Fall, kurz zu dem Spiel. Wir haben hier auf jeden Fall ein Top-Spiel, würde ich vermuten. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Match. Ja, das ist auf jeden Fall. Deswegen wollten wir da schnell draufswitchen. Habe ich einen kleinen Tipp bekommen von Yoshi hier. Ähm, genau. Rechts haben wir Marius Meyerhemme und Kruzki gegen links auf der Seite. Moritz Joosten und Clemens Naumann. Äh, zwei eingespielte Doppel, soweit ich weiß. Ähm, es steht zwei... Zwei zu zwei? Sehe ich das richtig? Zwei zu zwei, gerade im ersten Satz. Ist ja ausgeglichen. Marius ist vorne mit dem Ball. 2-0. Ist das falsch geguckt? Ne, 2-1. Wolltest du dazukommen? Oder ich muss gleich, glaube ich, spielen? Ja, ich kann so lange... Ja, du bist hier, äh, warte, einen Moment. Ich muss mal kurz, äh... ähm, ja. Ich gucke mal kurz. Wann spielst du denn, Yoshi? Wo bist du denn? Ähm, warte auf Tisch 1. Du wartest auf Tisch 1. Okay. Das heißt... Könnte letzter Ball sein. Könnte letzter Ball sein. Ich... Wir bleiben jetzt mal kurz auf dem Tisch hier. Ist durch. Ähm, ich muss jetzt auch gleich los. Äh, Yoshi wollte eigentlich gerade übernehmen. Aber er muss jetzt selber spielen. Äh, genau. 2-0. Habe ich falsch geguckt. Ähm, Marius ist vorne mit dem Ball. Äh, Pinshot-Schütze. 3-0. Ähm, ja, ich lasse euch mal mit dem Spiel alleine. Das ist doch kein 0 da hinten. Ich gucke mir das nochmal genauer an. Ich muss doch mal reinzoomen. Da haben wir doch schon einen. Ja, einen. Einen haben wir schon. Sorry, da musste ich mal kurz reingucken, wie das aussieht. Ähm, jetzt haben wir Maurice Joosten vorne mit dem Ball. Ja, schönes Ding. 2-3 verkürzt. Ist ja gerade ein Tor gefallen. Naja, jetzt 3-1. Genau. Ähm, ich muss mich leider wieder verabschieden. Ich bin jetzt weitergekommen und, äh, spiele gegen Antonia und Celine. Und falls das nicht klappt, äh, komme ich gerne nochmal wieder. Ansonsten bin ich erstmal kurz weg. Bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss. -Bολ. -Tatur. -B csopGG. Katika Turun. Baaaaat. Vielen Dank. 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 Ja. Yeah. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das Spiel ist schon soweit durchgelaufen. Wir können ja mal kurz gucken, wie es gerade steht. Wer hier gerade am Start ist. Ich sehe gerade, Tisch 1 ist Rem und Pascal gegen Moritz und Yoshi gleich. Da können wir uns drauf freuen. An Tisch 9, Björn Kotzki und Marius Meyer-Hemme gegen Arthur Lärm und Katharina Zier. Auch sehr spannend. Da bin ich gerade hin und her gerissen. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal auf Tisch 1. Und gucken uns das natürlich nochmal an hier. Ja, moin. War es ganz okay. Wir hatten gute Ansätze. Jeder hat so seine Dinger gemacht. Und am Ende hatten wir ein bisschen Pech, sage ich mal. Aber, ne, Hut ab. Aber auch Antonia und Celine. Die haben uns gerade rausgekickt. Kann auch passieren. Ne, man muss auch mal verlieren können. Und nächstes Mal geht es dann wieder weiter. In der Zwischenzeit, hier wird sich gerade warm geschossen so ein bisschen. Kann ich euch vielleicht mal den Baum kurz zeigen. Wir haben hier, zack, zack, da bin ich. So, wo bin ich denn? Da. So, hier haben wir die Profi-Runde. Hier haben wir einmal Rem und Pascal gegen Moritz Kramer und Yoshi Wagner. Das ist auf Tisch 1. Das zeigen wir gleich auch. Und hier haben wir einmal Björn Kotzki und Marius Meyer-Hemme und Arthur Lärm und Katharina Zier. Das ist soweit in der Profi-Runde. Hier könnt ihr auch sehen, wer schon hier ausgeschieden ist soweit. Falls ihr das nochmal genauer angucken wollt, geht auf tfoo.info. Ich schreibe euch das mal kurz in den Chat, wer es nicht kennt. Oh. So. So, da ist es. So, so sieht es aus. Ich checke nochmal kurz das Mic. Das gefällt mir noch nicht. Yo. Läuft, läuft, läuft. Alles klar. Genau. Ähm, das war jetzt soweit, ähm, die Profi-Runde. Und jetzt zeige ich euch jetzt nochmal die Amateur-Runde. Es wurden ja, nach der Vorrunde, äh, wurde ja in drei Felder aufgeteilt. Hier haben wir einmal Ayosha Wirts und Ayosha Lein, die beiden Ayoshas. Also Buxo hier einmal. Ähm, gegen Markus Fleck und Daniel Jungblut. Äh, beide sehr eingespielte Doppel, äh, auf Tisch 2. Das kann man leider nicht so gut streamen. Ähm, aber vielleicht kommen sie weiter und wir gucken uns das später nochmal an. Ähm, mal sehen, was so auf Tisch 1 passiert. Da wird sich noch eingedeitelt. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Genau, wir haben hier, ähm, Steven Rauser und Matti Wilke gegen Stefan von Garzen und Ahmad Alsayet. Auch Halbfinale. Genau, die Halbfinale, Halbfinales werden jetzt hier gelauncht. Oh, ich sehe gerade. Achso, hier haben wir auch ein Halbfinale. Ich dachte, das wäre schon fast ein Finale. Äh, in der neuliche Runde. Und zwar haben wir hier, äh, ich glaube, dass Charlie, Dennis und Lou, Lou, Auria, Luciano und Celine und Antonia, äh, die haben uns hier leider rausgekickt. Da bin ich mit Dremi zusammen. Naja, kann passieren. Und hier haben wir nochmal Engelhardt und Pavkovic. Das ist ihr ja hier. Gegen Markus Weber und Felix Krause. Mal sehen, was da passiert. Das ist aber noch die, das Viertelfinale wird hier noch gespielt. Auf Tisch 11. Und dafür haben wir aber hier, äh, ich glaube auch Katharina Fierk. Ich bin mir nicht sicher mit Vornamen. Gegen Matthias Wester-Eppinghaus. Ähm, die sind schon weitergekommen. Gegen Stefan Jung und Patrick Kramm. Und warten quasi auf die Entscheidung hier. Und wir natürlich auch. Und ich sehe gerade, Yoshi ist schon an Tisch 1. Ähm, da gehen wir gleich mal rüber. Aber, genau, nix aber. Wir gehen da jetzt direkt mal rüber. Hier haben wir auf jeden Fall mal Tisch 1. Ja, ich muss noch mal kurz was testen. Ah, alles klar. Okay, super. Genau, wir sind gleich wieder da an Tisch 1. Äh, Yoshi spielt sich noch kurz ein. - Ja. Äh. Vielen Dank. So, ich sehe hier gerade, es wird schon abgeklatscht. Genau, wer es nicht kennt, nun beruhige er sich. Genau, hier wird abgeklatscht. Wir haben hier auf der linken Seite Moritz Kramer und Yoshi Wagner gegen Rem und Pascal. Rem Alinsu und Pascal Heilmann. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Oh, das war ein sehr schöner Jet, schönes Ding. Da habe ich dann das Replay verpasst, leider. Wie kann man denn mit Dremi spielen? So ein geiler Meister, das Pitschpatsch. Ja, Dremi hat heute vorne gespielt, hat sich im Turnier gesteigert, aber am Ende hat es dann noch nicht gereicht. Irgendwann verliert mal jeder. So, das war ein schöner Jet von Yoshi, glaube ich. Ich will gucken uns das nochmal an. Aber er ist aus Nicerboy am Mann. Dankeschön. Es steht 1-1 hier tatsächlich im, was ist das, im Halbfinale schon sind wir hier im Profifeld. Ja, das war sehr knapp an Pfosten gesetzt von Rem. Rem jetzt am Wedeln hier aus der Mittelauflage. Ja, gut gehalten von Moritz. Der Ball kommt irgendwie zu Pascal. Pascal hier mit dem Pinshot-Ansatz, hat er vorhin auch gemacht. Schöne Bande geschossen, vielleicht funktioniert das nochmal. Ja, Passversuch, bisschen glücklich, gefangen von Rem. Rem hier ist wieder mit dem Jet aus der Mitte. Ja, hier ist ein bisschen am Wandern. Ja, schön gehalten von Moritz. Ich weiß nicht, vielleicht kann der Chat auch mal sagen, Wollt ihr auch Replay sehen, wie der Torwart hält oder einfach nur die Tore? Wollt ihr überhaupt Replay sehen? Wie kommt das bei euch an? Soll ich da ein bisschen näher ran zoomen? Könnt ihr mal frei Schnauze mal raushauen. Und dann gucken wir mal, wie das ankommt. So, ich habe gerade gesehen, ich habe gerade selber ein bisschen weggeguckt. Ähm, aber gerade gesehen, dass, äh, Yoshi den reingelegt hat. Das steht 2-1 für Yoshi und Moritz. Jo, schöner Pinshot von hinten. Äh, ich hoffe, wir kriegen den noch irgendwie drauf. Ich habe sehr spät gedrückt. Aber, bisschen zurückgezogen, ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich denke mal, das war auch ein bisschen abgerutscht vielleicht. Oh, das hat man nicht mehr leider gesehen. Muss ich ein bisschen schneller sein beim nächsten Mal. Ähm, jetzt haben wir Yoshi hier mit dem Ball vorne. Es steht 2-2, Yoshi jetzt hier mit dem Jet vorne, ja. Macht er auch gut, lässt sich Zeit. Ähm, das Keil ist da ein bisschen am Hadern. Jo, sehr gut durchgelegt von Rem. Ähm, mit der 4er-Puppe. Dann ist es wieder am Wedeln. Sehr schönes Ding. Ähm, machen die beide gut. Also machen die alle ganz gut. Ähm, das heißt beide, alle 4. Es könnte zu einem Top-Match werden hier. Ähm, auf jeden Fall Yoshi jetzt hier aus der Bühne. Ja, eigentlich gut durchgelegt, aber nicht gefangen. Das ist ja immer so das Problem so ein bisschen. Man muss ja auch fangen. Pascal jetzt hinten den Ball mit dem Pinshot. Hat er schon gezeigt, dass er den kann. Jetzt ein Passversuch. Ein bisschen Glück ist er jetzt bei Moritz Kramer. Moritz Kramer jetzt auch Pinshot-Ansatz. Ähm, ich glaube, ich würde gerade sagen, ich denke mal, das wird ein Pass. Aber Rem blockt den gut und hat jetzt die Chance auf 4-3 zu gehen. Ja, das war, glaube ich, sehr glücklich. Ähm, das gucken wir uns nochmal an. So, 4-3 zu gehen. Ja, sehr gut durchgelegt von Rem. Es steht 4-3 für Rem und Pascal. Rem ist wieder mit dem Bein in der Mitte vorne auf der 3. Mit dem Jet. Ja, nimmt er einen Timeout. Soweit clever. So, vielleicht können wir die Zeit nutzen. Ähm, wer es noch nicht gecheckt hat. Alle News zu den Turnieren und insgesamt kriegt ihr auf Instagram oder auch auf Facebook. Schaut da gerne mal vorbei. Heute haben wir das Mido. Ähm, wir haben hier so ein paar Gimmicks eingebaut. Das können wir ja mit der Zeit mal so rausposten. Ähm, jetzt sehe ich gerade wieder, Rem hat wieder den Bein vorne. Er hat ja das Timeout genommen. Oh, jetzt geht es 5-3. Erster Satz an Rem und Pascal. Soweit. So, da waren jetzt nochmal die Regeln reingepostet, wie das heute aussieht. Ähm, Yoshi hier so ein bisschen am Daddeln. Schauen wir mal kurz aus hier. So, da hat sich Dremi gerade verabschiedet. Also, das war das, was Rem da macht, gefällt mir ganz schön gut. Gegen den würde ich auch gerne mal wieder spielen. Ja. Wie gesagt, kommen's Kicks. Ich poste das mal rein. Danke auf jeden Fall an alle, die bislang zugesehen haben und die hier drin sind noch. 19 Stück an der Zahl. Das ist stabil. Ähm, wir wollen natürlich noch ganz andere Zahlen noch erreichen, aber das kommt hier alles Step by Step jetzt erstmal wieder zum Spiel. Es steht 0-0 im zweiten Satz. Hier geht's um zwei Gewinnsätze bis fünf. Äh, aus Köln ganz schön weit. Ja, das stimmt. Und, oh, schaffen wir das noch? Ich hoffe, ich hab schnell gedrückt. Gucken mal, ob wir das noch drauf haben. Ja, da haben wir nur gesehen, wie Yoshi abgerissen hat, quasi. Die Stange ist geflogen, aber leider den Schuss nicht mehr. Äh, da muss ich mal ein bisschen schneller hier sein. Da war ich gerade an der Maus, muss hier aber auf Knopf drücken. Ja, jetzt versuch's von Maus durchzulegen. Yoshi kickt dann auf die fünf. Yoshi jetzt hier. Ja, die Pässe sind gut, aber er fängt die halt gerade nicht. Das heißt gerade nicht. Also, ich hab das vorhin auch kurz gesehen. Wenn Yoshi schon ein oder zwei nicht fängt, dann ist schon irgendwie der Wurm drin, hab ich das Gefühl. Jetzt Rem. Rem macht das so lange solide. Ja, aber auch gut gestanden von Moritz. Hat er gut gemacht. So, jetzt haben wir hinten Moritz Kramer den Beil. Jetzt hat er mal die andere Puppe zum Pinshot. Vielleicht eine Bande, wer weiß. Oh, sehr schönes Ding, das nehmen wir mit. Moritz ist ein wunderschöner Mensch. Das war ein schönes Teil. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch nochmal, ja. Ja, also Adi, ja, schwer zu sagen. Ich hab mit Remi heute das erste Mal zusammengespielt. Das ist vielleicht eine kleine Ausrede, aber ich weiß nicht, ob das so... Ja, es war durchwachsen, ne. Also, ich kann natürlich viel besser spielen, das habe ich auch schon gezeigt. Heute war so ein bisschen, ne. Wollte mir selber keinen Stress machen, so einfach mal reinzocken. Dremi spielt ja sonst auch immer hinten, so wie ich. Das heißt, immer im Doppel meistens hinten. Ähm, aber hat er ganz gut gemacht. Wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden am Tisch und... Ja. Ja, man kann, also... Ich bin jetzt nicht so traurig, sag ich mal, dass wir rausgeflogen sind. Es war schon zurecht in dem Moment. Natürlich haben wir nicht das Beste abgerufen heute, sonst wären wir vielleicht woanders gelandet. Aber das weiß man ja immer nicht, ne. Man muss das erst mal spielen. Jeder Gegner ist anders. Jeder Spieler ist anders. Und... Erst mal gucken, ne. Sehr schön von Rem. Hat sich da nicht verunsichern lassen. Moritz Kramer hat ihn so ein bisschen gelockt. Und dann hat Rem das auch genutzt, muss man sagen. Also, Adi, ich habe ein paar Zierer von hinten auch geschossen. Die waren ganz gut, da bin ich sehr zufrieden. Aber ich kann natürlich auch besser halten. Noch besser. Ja, Medus auch harte Vorgründe. Einsatz bis sieben. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. War das auch so? Bin ich mir gar nicht sicher. Oh, jetzt wieder schöner... Schöner Bannenversuch. Mit ein bisschen Glück kriegt er ihn wieder. Moritz Kramer. Oh, das war, glaube ich, ein Passversuch aus dem Pinshot. Aber leider nicht gefangen von Yoshi. Yo! 2-2 im zweiten Satz. Jetzt könnte es knackig werden. Yoshi mit dem Bias in der Mitte. Versucht ihn durchzubruschen. Sehr schöner Pass. Ähm, die Zeitlupe habt ihr nochmal bekommen. Von Rem. Yo! Da haut Yoshi ihn rein. Also, sobald Yoshi ihn vorne hat, ist eigentlich Gefahr. Aber er kippt ihn irgendwie nicht so oft auf die drei. Kommt auch daran, dass Rem hier einfach ein gutes Spiel macht. Oh. Jetzt hat... Yoshi hier geblockt. Und... Versucht ihn natürlich nochmal durchzulegen. Das hat er nicht... Das hat nicht so ganz geklappt. Rem jetzt mit einem schönen Ball auf die drei. Da könnte es auf 3-3 gehen, aber nicht mit Moritz Karma. Der ist da schon abgekocht. Ja, und Yoshi hat echt Probleme auf der 5, möchte ich meinen. Also, vielleicht könnt ihr auch im Chat mal kurz schreiben. Adi. Also, ja. Das war zu schnell abgerissen. Das weiß er aber selbst. Ja. Jetzt Yoshi hier. Jetzt wartet er länger. Ja. Da habe ich mal mitgenommen. Ich hoffe, der ist noch drauf. Ja. Und gleich das Timeout hinterher steht 4-2 im zweiten Satz für Yoshi und Moritz. Da haben wir den Schuss von Yoshka. Das war ein Jet, aber halt krumm abgelegt. Aber, so wie ich Yoshi kenne, sagt er, das war so gewollt. Aber das kann man sich auch... Ja. Kann ja auch sein, ne? Also, auf dem Niveau. Max-Maschine, alles fit? Trainierst du wie viel? Ja. Adi, Mäuschen. So. Jetzt Rem mit dem Ball in der Mitte. Ah. Gute Idee, aber vorne hat er sich gar nicht bewegt. Ja, jetzt auch Rem mit den Pässen Probleme. Wollte schnell, schnell machen, aber jetzt Moritz kam mal hin. Oh, sehr schönes Ding. Pinshot zurückgeschossen. Schräg aufs Tor. Jetzt gibt's da kurze Absprachen, Diskussionen, wie auch immer. Ah, krass. In Oldenburg. Wo spielt man denn in Oldenburg? Jo. Jetzt haben sie es geholt. Ich hoffe, da ist es noch drauf. 1-1 ersetzen. Gerade von Yoshi, der Jet, links oben reingeschossen. Ja, hat man noch kurz gesehen. Ja, und es geht in die Entscheidung. Entscheidungssatz jetzt hier. Joschka Wagner auf der linken Seite mit Moritz Kramer im Tor. Gegen Rem Alinsug und Pascal Heilmann auf der rechten Seite. Jo. Team Erfahrung gegen Team Talent. Ja, heute leider kein Finale. Heute wurde ein bisschen durchgemischt, was die Partner angeht. Ja, man muss sich auch als Doppel ein bisschen finden. Was sehen wir gerade schon, das Finale? Nein, das ist das Halbfinale im Profifeld. Und hier steht's schon 1-1 in Sätzen und 1-1 im letzten Entscheidungsplan. Also, es gibt zwei Gewinnsätze im Halbfinale. Und ich glaube auch im Finale, soweit ich weiß. Pascal steht einfach extrem schlecht gegen die 3-Viertel-Auflage. Ja. Jo. Da hat Rem wieder die Nase vorn. Ja, das steht 2-1 im dritten Satz. Jeder Außertalent Adi steht schlecht gegen Yoshi. Ja. Kann schon sein. Aber dann hast du mich vielleicht auch noch nicht spielen sehen. Ich halte natürlich alles. Adi kann's bezeugen. Die Schläge Jets sind auch erlaubt. Finde ich auch. Pascal macht einen guten Job heute. Spielt ihn gleich zu mir. Wir haben vorhin auch schon gesehen, was er kann. Rem hat sich jetzt nochmal gesteigert. Ich finde, bislang ist das das beste Spiel von Rem. Ja. Hier wird nochmal abgeklatscht. Da gab's einen Timeout. Und es wird hier weitergespielt. Ja, Rossspiel ist top, aber fast dieses Tor zwischen den Puppen schräg 3-Viertel lang. Ja, ist natürlich auch nicht so einfach gegen Yoshi. Yoshi wartet natürlich lange und guckt, dass er da eine Lücke hat. Ja, der war rechts oben eingeschlagen. Bisschen schief. Oh, da war ich ein bisschen spät, glaube ich, jetzt. Mit dem Knopf. Ja, der ist ein bisschen holprig von Rem in der Mitte. Bisschen wenig geduldig hat es auch gehabt. Steht aber immer noch 3-2 für Rem und Pascal. Yoshi legt ihn irgendwie durch. Du hältst Yoshi wahrscheinlich tot. Ja. Das nicht, aber... Das nicht, aber... Ja. Wenn man sich so ein bisschen kennt, ist natürlich kleiner Bonus. Aber ich mache natürlich auch ein bisschen Spaß. Ich schräg da halt alle tot. Ja. Genau. So sieht's aus. Auf geht's. Ja, und es steht hier immer noch 3-2 für Rem und Pascal im Entscheidungssatz. Jetzt kommt er irgendwie zu Rem auf die 3. Und jetzt hat Rem so eine kleine Vorentscheidung. Auf dem Fuß, aber Moritz Kramer hätte ihn. Next Generation in dem Alter im Halbfinale. Ja, also das, wie ich sage, Team-Erfahrung gegen Team-Talent heute hier im Halbfinale. Ja, die sind aber auch ein eingespieltes Doppel soweit. Das war gut gehalten von Moritz. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Ah, ja, Pascal hat versucht, da irgendwie den 4er durchzubringen. Äh, Rem kriegt den glücklich auf die 5. Na, das war auch sehr glücklich durchgelegt. Aber... Nimmt man natürlich mit. Jetzt Rem mit dem Schuss. Schönes Ding. Das war sehr schön... Ein sehr schönes Tor. Hat er gut geguckt. Moritz macht ihn da auf. Jetzt Joshi ein bisschen unter Druck. Es steht 4-2 im letzten Satz. Also... Ja... Da legt er ihn durch an die Bande. Ähm... Eigentlich ein schöner Brush. Schöner Pass. Aber er kann ihn einfach nicht halten. Also irgendwie... Habe ich das Gefühl, die Pässe kommen heute nicht an. So, jetzt mit Pascal... Oh, Pascal hier mit einem Slingshot-Versuch von hinten. Und Rem jetzt hier mit dem Jet vorne. Äh... Mal sehen. Das könnte die Entscheidung sein. Der Matchball. Ja. Dann nimmt er einen Timeout. Das war clever. Kann man so machen. So, wir schnaufen kurz durch. Äh... Danke erstmal an alle Zuschauer. 28 Stück an der Zahl bislang. Ähm... Ja... Ja. Ja. Da war die Entscheidung. Ähm... Rem und Pascal ziehen ins Finale ein. Äh... Yoshi und Moritz sind leider rausgeflogen. Was heißt leider? Eigentlich irgendwo zurecht. Also ich fand die Jungs, äh... Die jungen Talente hier auf der rechten Seite fand ich insgesamt ein bisschen stabiler. Die haben mir das Ding durchgezogen, zurecht ins Finale gekommen, ne? Zumindest in dem Spiel. Ich finde, es sind zu viele Slow-Mos. Man verfasst immer die 5. Vor allem... Vor allem kommentierst du das aktuelle Spielgeschehen, während die vergangene Slow-Mo läuft. Ja, wir sind so ein bisschen an den Testen, ob wir das so in der Art beibehalten wollen. Wir haben sonst noch den Zoom noch drin. Ähm... Ich zeige euch das vielleicht kurz. Äh... Wenn wir jetzt zum Beispiel am Tisch Eis sind, äh... kann man natürlich so reinzoomen, ähm... Und wieder rauszoomen. Das müssen wir uns nochmal überlegen, äh... Wie wir das am besten darstellen. Ähm... Wir haben ja jetzt die Turniere, das Mido und, äh... Das Sado. Äh... Das Sado sozusagen, äh... Das Mixed und das Classic. Haben wir, ähm... Ach, Tisch 9, sehe ich gerade. Ja. Ja. Ähm... Da können wir mal kurz rüber. Ich hoffe, das ist richtig. Ja. Hier haben wir Björn Kruzki und Marius Mayer-Hemmel gegen Arthur Lärm und Katharina Zierner. Wenn ich das richtig sehe. Und wenn ich das richtig sehe, steht es 1-1 in Sätzen. Und... Äh... 4-2, sehe ich hier gerade. Für Kruzki und Hemmel. Im Entscheidungssatz. Ist das richtig? Die Zeit etwas verkürzen. Ja, das Problem ist, äh... Wir müssen da manuell draufdrücken. Natürlich kann man das verkürzen, verlängern, wie auch immer. Ähm... Es ist ja jetzt ein Replay. Und, äh... Man kann natürlich, äh... Sag ich mal, einen kleinen Kasten irgendwo bauen. Und, äh... Das Replay in klein zeigen. Man kann natürlich auch, äh... Das Replay in groß zeigen. Man kann das langsam zeigen. Oh, ich sehe gerade. Wir haben das Tor verpasst. Und jetzt haben, äh... Björn Kruzki gewonnen und Marius Meyerhemmel. Das bedeutet, dass die ja jetzt ins Finale eingezogen sind. Oder sehe ich das falsch? So, wir gucken mal schnell rein. So, wir gucken mal rein. Ich aktualisiere das mal schnell. So, zack. Wir haben hier das Profifeld. Nee, ist noch nicht aktuell. So. Endrunde läuft. Wir haben hier Profirunde. Ist noch nicht aktuell. Aber, wir wissen ja, dass Björn Kruzki und Marius Meyerhemmel ins Finale eingezogen sind. Das muss noch eingestellt werden von der Turnierleitung. Ähm... Die spielen gegen Rem und Pascal. Und Spiel und Platz 3 haben wir hier Moritz und Yoshi. Und die werden dann, äh... In dem Sinne gegen Arthur und Katharina spielen. Soweit. Und vielleicht schalten wir mal kurz ins Amateurfeld. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Markus Fleck und Daniel Jungblut haben sich durchgeschätzt gegen Ayosha und Ayosha. Also Ayosha Lein und, äh, Buxo, äh, unter dem Namen bekannt. Und hier haben wir noch das Halbfinale, was an Rauser und Wilke, also Steven Rauser und Matti Wilke gegen Stefan von Garzen und Ahmad Alsayet. Da könnten wir eigentlich mal hingucken. Ich glaub, die spielen noch. Das ist noch zu Gange. Da schwenken wir mal schnell rüber. Ich hoffe, ich hab die richtige Kamera erwischt. Oh ja. Da haben wir's. So. Es steht 2... Ich seh's nicht. Also auf jeden Fall, jeder hat schon einen Satz. Und es steht 2 zu 2, glaub ich. Genau. Und da haben wir Ahmad mit dem Ball vorne. Ich sehe gerade, ähm, Jan.de, hoher Besuch hier. Hier haben wir auf jeden Fall mal ein Mikrofon für dich, ne, damit du auch mal was hältst. So, so auf diese Art, genau. Einmal runterklappen, genau. Ich hab heute auch relativ, äh, äh, schlecht gehalten, dafür gut rausgeschossen. Ich mach dich mal warm. So, so kannst du mal test, test. Test, test. Yo, ich hör dich. Ich und die Zuschauer, glaub ich, auch. Wir sind hier eingestiegen jetzt hier in das Spiel. Ähm, ja. Matti Wilke. Und, wer haben wir denn hier überhaupt? Ach ja. Und Steven. Steven Rauser, ne? Ja, Steven Rauser. Das ist ja Wahnsinn hier. Ja, so sieht's aus. Ähm. Also, man ist auf jeden Fall geflasht, wenn man hier oben mal sitzt und diese ganzen Bildschirme sieht. Ja, ich schmeiß das hier mal rüber, damit wir auch sehen, wer hier spielt. Und zwar haben wir hier, ähm, was ist das? Amateur-Runde, ne? Ah, die Jungen sind jetzt wirklich, die Junioren sind im Finale, oder was? Ach, das ist neunige Feld, nee. Nee, hab ich falsch gekriegt. Amateurfeld ist das. Aber das ist Amateurfeld-Halbfinale, genau. Steven Rauser und Matti Wilke auf der linken Seite gegen Stefan von Garzen und Ahmad Alsayet auf der rechten Seite. Und jeder hat, äh, schon einen Satz gewonnen. Und wenn ich's richtig sehe, müssen wir mal ein bisschen runtergehen, steht's, glaub ich, 2-2. Man sieht das nicht da hinten? 3-2? Ja, ich würde auch 2 sagen. 2-2? 2-2 für Matti, ne? Also. Genau. 1-1. Oh, jetzt, da hat sich ein Steinchen bewegt. Das war ein Tor. Ja. Wir bleiben aber so lange hier drauf, bis wir das Finale natürlich haben. Das will keiner verpassen an Tisch 1. Da haben wir natürlich Rem und Pascal, die jungen Talente, und, äh, gegen Marius und Björn, also die Team-Erfahrung wieder. Team-Erfahrung gegen Team-Talent, das wollen wir natürlich sehen. Mega geil, also ich hab Bock denn drauf, da mit dir jetzt mal einen rauszauern. Genau. Also, altes Doppel gegen Junioren-Doppel. Auf jeden Fall. Und alle, die jetzt eingeschaltet haben oder die uns noch nicht kennen, ich bin der Viktor und ich bin hier im KixTV mit dabei, mit Rico und Svenja generell. Die sind gerade im Urlaub. Schöne Grüße nach Mallorca. Und neben mir habe ich jetzt, äh, Jan.de, ne? Ja, Mann. So, kommt Kick an, man kennt ihn, ne? Ja, auch mal KixTV. Auch im KixTV dabei, hat hier die Technik hingekraten, ne? Mit der Sakkare. Vielleicht einmal kurz die Geschichte näher an, mit der Sakkare damals, ne? Wir hatten ja damals alte Webcams, äh, Pablo Kisse, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Pablo und ich hatten damals hier ans Geländer mit doppeltseitigem Klebeband die Webcams drangeklebt. Und Rico hat sie immer wieder fixiert. Und dann haben wir ja auch schon ein bisschen Show gemacht, aber nicht so eine geile Show wie hier. Ja, aber, ähm, ich sag mal so, wir steigern uns hier ein bisschen, wir tasten uns ran mit den Kameras. Der eine Mark Replay, ich hab's jetzt nochmal gemacht. Nochmal das Replay reingehauen. Ja, da ist er hinten reingefallen. Und hier so ein Kommentar im Chat, also wie geht das jetzt hier bei Tritsch? Ja, Mensch, dich hab ich ja mindestens seit dem Wochenende nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß auch nicht, wer das ist. So, warst du wieder am Wochenende unterwegs, kann sein, ne? Dei, PSV. Ja, das werden wir ja gleich ausführen. Was haben wir ja am Wochenende gemacht? Das, äh, verrate ich nicht. Ja, stark. Ich hab Bock, ey. So, genau. Chin, chin. Ja, chin. Prost. Und wir steigen hier rein in das Spiel. Ich sehe aber auch gerade zeitgleich, hier wird langsam schon an Tisch 1, gibt's schon. Ja, und auch Oli Westphal, der Coach da voll noch. Oh ja, da müssen wir rein. Da müssen wir jetzt rein. Tut mir leid, Leute. Das heißt, tut mir leid. Ja, wir beobachten das, aber Moritz Kramer macht das wohl, glaube ich, hier auf Tisch 9. Aber jetzt Tisch 1. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Tisch 1 haben wir hier auf der linken Seite Marius Meyer-Hemme und Björn Kruzki. Das ist das Profi-Finale. Alter. Und rechts haben wir Rem und Pascal. Und das ist jetzt das 4. Finale? Ist das das 4. Mal schon mittwochs Doppel jetzt? Ja, ne? Das ist das Finale hier. Ja, aber das 4. Mal jetzt mittwochs Doppel nach Corona. Ich hab verstanden. 4. Finale. 4. Finale. Ich höre nicht mehr so gut, dafür sehe ich aber nichts mehr. Genau, steigen wir ein. Genau, das 4. Mal hier, glaube ich. Ja, das stimmt, ne? 4. Mal. Ich glaube, ja. Wo warst du denn am Wochenende? Ja, das weiß ich nicht. Wer könnte das sein? Genau, wo warst du denn, Jan? Bei wem warst du denn? Vielleicht ist das... Ja, ich muss mich echt dran erinnern. Ja, ich sehe gerade mit ein bisschen Glück kommt der Ball auf die 3 von Rem. Rem bislang hat sich bis zum Finale hochgekämpft. Oh, ja. Das fühlte sich... Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich kam nicht drauf, weil das fühlte sich nicht wie Wochenende an. Jetzt muss ich... Das rauscht ein bisschen und dass man nicht direkt rein spricht. Ja. So ist besser, ja. Ich versuche es noch mal. Test, test. 1, 2. Ja, ich höre das hier so. Der... Oh, er so. Ah, jetzt schön geblockt von Rem auf der 5 und jetzt auf die 3 gelegt. Rem jetzt mit dem Jet wieder aus der Mitte. Oh, macht das schön. 2-0. Ja, ich höre das nochmal an. Genau, du bist hier. Hier haben wir aktuell und hier kommt von Zögert. Das heißt, du mal schön hier gucken. Da kommt dann das Freeplay. Ja, ich muss mich erst mal hier dran gewöhnen. Genau. Und jetzt mal der Kruzki-Nator am Ball. Aber genau, also um die Geschichte jetzt vom Wochenende, das nochmal zurückzuholen. Es hat sich nicht so angefühlt wie Wochenende, da ich am Wochenende über die Corona-Jahre jetzt mal gefühlt einfach auf der Couch niegte zu Hause. Und es war, also es war nicht Arbeit, es war ein geiler Trip nach Kaiserslautern beim Trainerlehrgang war ich. Ach was. Ja. Trainer, was für ein Trainer? Der D-Trainer im Breitensport für Tischfußball. Ach was. Ja. Bitte kein Replay. Man sieht das halbe Spiel nicht, ja. Okay, okay. Okay, das könnte man vielleicht erst mal weglassen. Ja. Ja, Wochenende müssen wir uns vielleicht echt überlegen, wie wir das darstellen, denn. Ähm, hatte ich vorhin auch schon gehört, dass es jetzt nicht so gewollt ist. Ähm. Ja, da verkrampft er, das ist interessant. Also Pascal mit einer Titan-Deckung. Der Olli Westphal, der hat da vorhin dem Pascal was erzählt. Satzbälle, Replay geht. Ja, das ist natürlich, da muss man den Daumen hier die ganze Zeit auf dem Knopf haben, aber das geht man vielleicht auch hin. Alles klar, moin Tommi. Also du unterhältst dich gerade mit Lin sozusagen und ich mit Tommi. Über den Chat, ne? Oder alle miteinander. Ja. Adi ist auch am Start. Adi, aber ich würde einfach sagen, wir starten hier mal rein. Ich sehe hier gerade Rem und Pascal, ähm, was die Tore angeht, dominieren die ein bisschen am Anfang. 2-0, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Und da war gerade eine Situation, da hattest du kurz auf dein Handy geschaut. Ja. Da hat Pascal echt gut gehalten gegen Marius und Marius hat irgendwie verkrampft. Ja, ich sag ja, die Jungs hier rechts auf der Seite, die machen einen guten Job heute. Pascal vorhin sehr gut gehalten, sehr gut rausgeschossen. Rem hat sich im Turnier selbst, äh, sehr gut gesteigert. Jetzt hat Rem wieder den, auf der 5, den Ball. Ah, das hab ich ihm zu sehr gelobt, ne? Verhext. Hast du gegen ihn gespielt? Ne, leider nicht. Hast du gegen Marius? Hab ich gegen Rem gespielt? Weiß ich gar nicht. Ne, hab ich nicht. Oder? Die Talente holen das. Oh. Die Talente holen das. Der hat da reingeschraubt. Ja, also, das war fast, ja, ich würde sagen, das war ein Wechsler. Ja, tatsächlich, ja. Adi sagt es. Tommy, der Weltmeister, ist im Chat. Ob wir hier, also, die Talente holen das. Ähm, ich bin Kim. Hat sie gesagt, jetzt mal gucken, ob Rem das umsetzt. Und der hüpft nicht rein. Kruzki in seiner... Nee, Kruzki ist dazu abgekocht. Ja. Abgekocht. Abgebrüht, oder? Abgebrüht, abgekocht. Er hat den Ball vielleicht abgekocht. Oder vielleicht kocht er sich mal ein Süppchen daraus. Aber er hat den Ball auf jeden Fall. Das ist Fakt. Ja, er ist ja auch einer der gefährlichsten Torhüter, ne? Oh. Er ist diese Mittelauflage. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich glaube, das war ein Schlussversuch. Aber, ähm... Oh, das war heiß rasiert. 2-2, ne? Ja, jetzt sind sie wieder da. Also, mit den beiden ist auch nicht gut Kirschen essen, sage ich mal, ne? Mit denen ist immer zu rechnen. Mit den beiden jetzt hier. Mit Kruzki und Marius Meyerhemmer. Das sind natürlich ein paar alte Eisen, ey. Also, da kannst ja auch 4-0 stehen und du denkst, du hast das Ding und dann holen sie dir das weg, ne? Also, Marius Meyerhemmer war einer der Ersten, den ich bewusst trainieren sehen habe. Ja. Und zwar in der Bodega-Bar. Ja, ein sehr schönes Ding von Rem. Alter. Der klatscht rein. Das habe ich bis hier oben gehört. Nicht, dass ich heute Abend nicht schlafen kann. Nice, nice, nice. Ja, die sind auf jeden Fall gut dabei, die beiden Jungs. Ja, Jan guckt ein bisschen direkt auf den Tisch. Ich gucke ein bisschen hier nach oben. Wir müssen uns noch ein bisschen abstimmen, glaube ich. Man guckt eher nach oben hier auf dem Setup, ja. Ja, man guckt eher hier, würde ich fast sagen. Und dann hier können wir, für uns die Wiederholung können wir uns hier anschauen. Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich nice. Genau. Die beiden sind halt zeitgleich sozusagen und da haben wir die 10 Sekunden. Jetzt bin ich gespannt, ey. Ja, der Timeout, ey. Das war ein sehr cleveres Timeout. Ich würde fast sagen, früher haben wir mal gesagt, starkes Timeout. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir sich gegenseitig gepusht. Hey, beim 3-3, wichtiges Timeout auch. Ja, wichtig ist auch, sage ich mal, in so einem Finale auch nicht nur die Technik oder nicht nur das Zusammenspiel, sondern auch wirklich auch das Zusammensein, also wirklich Team Spirit, dass man sich pusht, Motivation, dass man auch mal ein Timeout nimmt, dass man sich auch mal ein bisschen beruhigt gegenseitig, einen Ruhepool in der Mannschaft hat. Und das, ja, ich bin Kim, sagt heute nur richtige Sachen. Fast, also wir wissen, das eine wissen wir noch nicht. Rem beherrscht die Timeouts genauso gut wie seinen Jet. Ja. Weil man bestätigt sozusagen, ein gutes Timeout, guter Jet. Ja, jetzt haben wir gesehen, Pascal hat ihn, glaube ich, geblockt, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder war der am Pfosten, das habe ich jetzt so zufrieden. Nee, da war er noch dran, hier mit dem Schlappen. Mit dem Schlappen war dran. Schuhgröße 46. Genau, Pascal ist mit dem Rauchspiel glücklich auf die 3 von Rem. Aber Kruzky war nicht so ganz wach, fand ich. Also das war... Ja, war ein schwieriger Schuss. Alter, Maschine. Schönes Ding, er ist auch seitens geht an Rem und jetzt haben wir es verpasst mit dem Satzball. Sorry. Ja, Wahnsinn. Aber jeder hat es gesehen, Rem und Pascal haben Bock. Die sind gut drauf. Ja, krass gut ausgelöste. Wechsel mal auf die Kamera 2, Nahaufnahme von der 3er von Rem. Ah, das ist doch hier... Da funkt es doch aus Mallorca oder was? Ja. Können wir gerne machen. Aber da müssen wir nochmal rüber gehen, Klotz. Da haben wir ja quasi nur... Ja, da müssen wir noch ein bisschen drauf achten. Hier sind die Lichtverhältnisse nicht so schön, aber wir gucken mal. Ja, da kannst du ja mal hier so einen Cut machen. Wir wissen ja, wer hier spielt auf jeden Fall. Auf der rechten Seite haben wir Rem und Pascal. Und links haben wir Marius Meyer-Himmel und Björn Kruzky. Erster Satz gegen an Rem und Pascal. Ja. Und jetzt machen wir hier den Zoom. Auf... Jo. Und dann... Dann können wir mal so switchen. Oh, krass, das ist schnell. Ja, das ist schnell. So? Ja, da können wir nochmal. Ja, warte, so. So machen wir das jetzt mal, ne? Jo. Ah, so ein bisschen... Genau. Ja, guck mal. Das schauen wir uns jetzt mal genau an hier. Aber jetzt erstmal Marius. Der muss natürlich was machen jetzt. Ja, leider haben wir das nur auf eine Seite erstmal eingestellt. Wir tasten uns, wie gesagt, so ein bisschen ran. Alter. Manche wollen Slow-Mo, manche wollen Replay sehen, manche nicht. Also, das ist immer so, man kann es nicht jedem recht machen, sage ich mal. Ja, was ist denn mit der Slow-Mo? Die ist so lang, oder was? Ich habe vorhin noch ein bisschen im St. Pauli-Club heimgespielt. Jetzt erinnere ich mich nicht über... Ja. Ja. Hier, ähm, ne? Immer schön vorbeikommen. Ich habe es gerade gesehen. Oh, da haben wir Rem gesehen. Schönes Ding. Aber die Tribüne, ja doch, die Tribüne will auch Platz haben, ne? Ja, schönes Ding, ne? Jetzt muss ich hier überall klicken. Hin und her, hin und her. Ja, ja, jetzt musst du Regie machen, ne? Bildregie. Ja. Am besten wäre das natürlich per Ton, dass ich jetzt einfach sage, Zoom oder so. Und dann gehen wir ran und dann Zoom raus oder so, weißt du? Ich kann ja immer hier mal so ein paar Kamerafahrten probieren. Ich muss ja hier reinkommen in diese Steuere. Aber das ist jetzt... Jetzt, schneid mal rum. Ja, der ist natürlich steil, der Link. Ja, das kann man aber auch voreinstellen, aber wir sollten das auf jeden Fall drauf lassen. Ja, wir spielen, lassen die Spiele rein. So, da sind wir wieder. Wir spielen hier so ein bisschen rum, aber nicht mehr im Finale. Genau, weil, wie steht's jetzt? Wie steht's jetzt, 2 zu 1? 2 zu 1 ist für Marius und Björn. Die müssen ja jetzt auch, jetzt sind die im Zugzwang. Ich habe vorhin... Achso, ich habe ja schon nochmal doppelt gelesen jetzt. Du hattest ja auch nochmal hier so die Runden. Na, ich gucke ja nochmal aufs Feld. Ja, gerne. Du musst auch nur aktualisieren, glaube ich, mal vorne. Profi-Runde hier. Um einmal kurz F5 oder so. Ja, wen haben die denn hier so rausgehauen hier? Borg-Müller, ja, das ist schon mal stark. Arne Borg und Tobias Müller. Oh, da bin ich auf den falschen Knopf gekommen, sorry. Raymond Pascal. Aber jetzt schon länger nicht den Ball vorne gehabt. Westphal-Bayern-Line, Kramer-Wagner. Ja, das ist eine starke Runde hier. Aber das ist natürlich auch stark von Frutzki. Daniel Pöche, Tobias Janning und dann Naumann-Josten und Lärm-Zier. Auch ordentliche Gegner. So, jetzt Rem auf der Fünf. Kriegt ihr nicht durch. Also Marius und Björn, die kommen immer besser hier ins Spiel, habe ich das Gefühl. Er steht jetzt schon 3-1 im zweiten Satz, ja. Oh, das war ein schönes Ding. Ja, das war krass. Schön gewandert und dann echt. Die Banden-Kracher von Björn hält Pascal gut weg. Ja, Pascal generell sehr talentierter Spieler. Jetzt gehen wir mal hier auf Rem. Äh, wir haben die Kamera ein bisschen zu nahe, glaube ich. Vielleicht so, damit man den Tisch noch sieht. Oh, gut gehalten hier. Gehen wir mal wieder zurück. Pascal kriegt den Ball. Oh, schöner Versuch. Jetzt bin ich gespannt, ob Kruzki den Satz ausschießt. Aber er kommt fast an. Das war technischer Fehler von Marius vorne. Hat er fast gehabt. Ja, war schwierig. Aber den muss er haben. Ja, klar. Also, in der 100 Prozent spielen will, der muss er haben. Also, das wird jetzt bestraft vielleicht. Ja, meins zu 4-1. So, jetzt 4 Rem. Das war auch weit vorbei. Ja, irgendwie rechts vorbei. Das sehen wir noch mal. Große Aufnahme. Ja, muss immer so ein bisschen. Oh, schickes Ding. Schönes Ding, ja. Ja. Ja, zu 1 zu 1. Jetzt nochmal Action. Jetzt steckt der Puls. Ja, das fand ich alles so. Jetzt geht's ab, ne? Der Körper vibriert, sage ich mal. Meinst du? Ja, also, ich meine, hier wird noch gecoucht, sehe ich hier, von der Seite. Ich finde das ja immer so wahnsinnig. Also, die sind ja alle so ruhig. Naja, gut, der Puls geht wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon. Ja, also, das sind ja immer noch Menschen. Also, ich meine, Marius und Björn haben wahrscheinlich jedes Spiel schon gesehen oder jeden Rasen schon bespielt. Jetzt werden die Hände feucht. Ja, das kann natürlich sein. Und Marius ist hier noch ein bisschen am Daddeln. Holt sich ein bisschen Sicherheit. Oli, was war? Pinshot-Schütze. Sehr, äh, vielleicht auch ungewohnt oder selten, ich sag mal, ein seltener Spielertyp, der auf diesem Niveau spielt auch. Ja. Also, Marius Meyer-Himmel habe ich letztens auch. Das stimmt, das stimmt. Den habe ich fast gebändigt, aber fast ist er nicht ganz, ne? Nee, nee, er hat immer wieder Lösungen und Möglichkeiten und das System, das spielt er jetzt schon über 10 Jahre. Das ist Wahnsinn. Also, ich weiß noch, er hat mir einmal so eine Anekdote erzählt, wie man den Abroller oder den Pinshot tatsächlich besser schießen kann. Der war drin. Ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück fällt da hinten rein. Jetzt Marius mit dem Ball auf der Mitte, ne? Ich finde, in so einem entscheidenden Satz sind die ersten Bälle vor allem sehr wichtig. Also, die, äh, ja, also jeder Ball ist natürlich wichtig, aber wenn man so ein, zwei schon reingeschossen hat, dann hat man natürlich Selbstvertrauen. Und... Ja, es muss sich gut anfühlen, so, ja. 1-1 jetzt hier. Ja, der ist reingegangen. Ja, sind beide so ein bisschen reingefallen, sag ich mal. Ja, das stimmt, ja. Jetzt haben wir Rem hier. Also, alles ausgeglichen hier. Durchgelegt, aber... Finale jetzt, ne? Nicht gefangen von Rem, leider. Das könnte jetzt schon ein tighter Ball werden hier. Oh, wieder dieser abgerutschte Bantenpass. Diese Bande, äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so in der Art gewollt ist, oder ob das ein Schuss sein soll. Also, für den Schuss ist der halt zu langsam, ne? Ja, ja, nee, das ist abgerutscht. Halb abgerutscht. Aber jetzt muss hier Pascal auf jeden Fall mal wieder reinkommen. Ah, das haben wir eine gute Idee. Oder die müssen dann mal defensiv was machen. Jetzt bin ich gespannt, ey. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Ball. Ja, das dritte Tor ist natürlich auch wichtig. Und darum geht es jetzt fast für... Oh, jetzt haben wir hier Rem. Kruzki und Marius, aber Rem. Ah, jetzt hat Kruzki, ähm... Naja, hat er raus jetzt. Hat er mal einen gehabt? Na, mal gucken mal. Rem darf auch mal einen verschießen, sag ich jetzt mal. Aber Kruzki natürlich jetzt wieder mit seiner Auflage. Keiner weiß wohin, aber es wird eine Bande vielleicht. Es sollte ein Pass werden. Ja, ich glaube, da wollte er die Bande, oder? Ja. Nee, das sah... Für mich sah das so aus, als wenn er da unten zum Pass geht. Ja, okay. Hat ja geklappt, jetzt hat Marius ihn auf der 3. Marius ist im Ball, genau. Schöner Pass könnte man sagen. Marius ist hier mit dem Pinshot. Ja, er hat sehr gut geschossen. Jetzt Marius und er schießt. Sehr schönes Ding. Er ist am Feier. Ja, also... Das wird hart. Ich meine, kurz abgelegt, abgeholt und reingelegt wieder, ne? Also, ne? Da lag der Ball an der Bushaltestelle, den hat er kurz mitgenommen dann. Ja. Und ins Eck gelegt. Und jetzt steht es auf einmal 3-1. Ja, das wird hart. Also jetzt müssen sie defensiv irgendwie reinkommen. Da Marius einmal stoppen. Er schießt gerade alles rein. Ja, man darf jetzt hier... Es dürfen jetzt hier natürlich keine Fehler mal passieren. Seitens Rem und Pascal. Ich sehe gerade, wir hatten gerade Kursverbindungsschwierigkeiten, haben wir immer noch. Ich hoffe, wir sind noch online. Hört ihr uns noch? Das wäre natürlich sehr schade jetzt. Ja, und hier, ich habe noch einen Chat gehört. Albert hat gesagt, was labert der? Wer? Ja, Rem, der Time on Mars hat bringt die Gegner erst mal aus dem Flow. Ja, man. Jo. Wir hören euch. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir Marius hier wieder mit dem Ball auf der 5, legt ihn durch auf die 3. Ja, das ist natürlich schon ein großer Schuss. Komm, er müsste sich ein bisschen mehr bewegen. Das war zu hart. Das war zu hart. Aber Marius mit dem Time out. Ja. Ja, der Respekt. Also Rico, Rico hat mal gesagt, letztes Mal am Samstag, wir haben ja im Finale gespielt gegen Marius und Finn. Mit Rico zusammen. Wir haben tatsächlich zwei einzelne Sätzen geführt. Das ist ja ein bester 5 dann im Finale. Ach was, ja. Im Klassik. Und wir hatten zwei Matchbälle, also Rico. Im vierten Satz dann sozusagen. Ja. Und, naja, kann ja passieren. Aber Rico meinte mal, wenn Marius ein Time out nimmt, dann heißt das, dass der Torwart sich gut bewegt. Und wir haben da alles abgeschöpft in dem Spiel. Und das war sehr nervenaufreibend, aber hat auf mich mega Bock gemacht. Das war ein schönes Ding von Marius. Den täuscht er unten an, aber legt ihn dann trotzdem. Also du fühlst ja gerade dann, wie Marius schießen kann, oder was? Du warst dann auch im Tor gegen Marius. Ich war auch im Tor, ja. Also Marius ist natürlich ein Top-Spieler. Also kamst du da rein, oder was? Oh, sehr schönes Ding von Rem. Schönes Ding reingelegt. Oh, ja. Ja, ist ein wichtiger Schuss. So, jetzt haben wir bei Marius vorne durchgelegt. Auf die drei. Jetzt gibt es den Matchball. Den gucken wir uns nochmal im Replay an, wenn das was passiert. Ja, sehr gut. Oh, und es ist passiert, ey. Er schießt ihn rein. Wahnsinn. Und da ist die Entscheidung. Mega geschoben. Marius Meierhemmel und Björn Koski gewinnen das Profi-Finale hier. Also das Mido vom heutigen Tag. Mega geschossen. Vom 22.09.21 geht an Marius Meierhemmel und Björn Koski soweit. Aber Respekt an Rem und Pascal. Das war eine ordentliche Leistung, eine super Leistung. Ja, auf jeden Fall. Er hat sich im Turnier sehr gut gehalten, sehr gut gesteigert und ja. Also sie haben prima ersten Satz gespielt, ne? Ja. Also muss man sagen. Und dann kam halt Marius und Kurski mit Derbe rein und haben eigentlich paniert. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, das lag vielleicht auch an der Erfahrung, sage ich mal. Ja. Aber, ähm, sag natürlich auch an anderen Sachen, ähm, Marius und Björn, äh, die kennen sich ja auch schon sehr lange und haben auch schon das ein oder andere Turnier gewonnen. Und auf jeden Fall Glückwunsch an die beiden. Die haben es geholt. Ähm. Ja, die sind auch mit zum zweiten Mal Erster geworden in vier Turnieren. Wir haben ein geiles Spiel gesehen. Wir haben ein geiles Spiel gesehen. Äh, am Anfang dachte ich so, oh, vielleicht eine kleine Überraschung heute. Das 1-0 im Setzen, äh, für Rem und Pascal. Ähm, hatten die vorhin auch oft. Und, ähm, dann 1-1 und dann haben sie es aber trotzdem noch geholt. Aber Marius und Björn, die haben sich, glaube ich, einfach auf die Schüsse, auf die Pässe eingestellt. Ja, ja. Ne, man stellt sich da immer ein. Also Marius hat halt unglaublich geschossen dann. Auf jeden Fall. Er hat vorne fast jeden reingeschossen oder gefühlt jeden. Auf jeden Fall. So, ich würde fast sagen, Glückwunsch an die Gewinner. Es hat einen Megabock gemacht. Auf jeden Fall. Ich habe selber mitgespielt, du auch. Ja. Äh, wir haben hier ein bisschen rumprobiert, ein bisschen rumgespielt an den Kameras. Ähm, genau, hier sieht man nochmal, äh, so. Also, äh, natürlich nochmal ein größeres Bild. Hier wird nochmal sich, äh, abgestillt, nochmal nachjustiert. Ähm, ich würde fast sagen, wir gehen in diese Kamera nochmal rein. Das sind wir beide nochmal in Groß. Ähm, genau. Ich bin der Viktor und wir hatten mal Jan.de im Finale zumindest. Ähm, ja. Ja, Viktor, vielen Dank. War geil. Du hast einen Megabock gemacht. Ähm, schaltet wieder ein. Ähm, nächster Stream nächste Woche Mittwoch beim nächsten Mido. Äh, da geht's dann wieder rund. Und, ähm, ab 20 Uhr. Ansonsten kommt gerne vorbei ins Keks. Äh, lass gerne ein Like da bei Instagram oder bei Facebook oder auch hier beim, äh, KeksTV im Twitch. Ähm, genau. Du hast das letzte Wort. Äh, danke schön an dich auch, dass du mal kurz hier eingesprungen bist. Ich fand's mega geil. Ja, mega geil, dass es wieder losgeht mit Kickern und mega geiler Stream. Also, Viktor, weiter so. So, bupp, bupp. Würden wir mal sagen, hier, schöne Grüße nochmal raus. Und ich würde fast sagen, wir gehen nochmal, äh, zum später Stunde nochmal auf Tisch 1. Wir sind raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.